Hey, this is Robert Patrick and you're listening to Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker! Herzlich willkommen zu Comic Cookies, Folge 93. Ein Monat ist vorbei und wir sind wieder da in wieder Vierfachbesetzung. Mein Name ist Andi und heute wieder mit dabei, wie immer, der Breedstorm. Hey, Breedstorm. Dobri den. Gesundheit. Dann außerdem auch wieder mit dabei, der Patrick. Hallo Patrick. Hi. Und der andere Andi im Bunde ist auch wieder mit dabei. Andi, servus. Moinsen. Jetzt haben wir ungefähr alle Begrüßungsformeln durch, die uns so wahrscheinlich eingefallen sind. Nicht schlecht. Wie gesagt, ein Monat ist vorbei. Wir haben tatsächlich heute mal aufs Datum geschaut. Tatsächlich aufgenommen, exakt heute vor einem Monat. Wir haben am 13.10. das letzte Mal aufgenommen. Jetzt nehmen wir am 13.11. auf. Am Freitag den 13. sogar. Wie mein? Am Freitag den 13. sogar dieses Mal. Ja, stimmt. Und wir haben keine Horror-Themen-Folge vorbereitet. Ich schon. Oh, okay. Ich weiß noch gar nicht, was für Comics die anderen mit dabei haben. Wie gesagt, wir sind heute wieder zu viert. Das heißt, jeder hat wieder zwei Comics vorbereitet, die wir heute besprechen werden, so wie es in den letzten Folgen auch schon der Fall war. Und ich denke, wir gehen einfach mal wieder im Kreis rum. Dann kann jeder so erstmal seine zwei Comics nennen, die er für heute vorbereitet hat. Und dann stellen wir die nach und nach wieder vor. So, Breedstorm. Welche zwei Titel hast du uns heute mitgebracht? Ja, ich habe diesmal wieder zu meinen Backstapel gegriffen. Und zwar sind es zwei Comics aus dem Hause Reprodukt. Einmal ist es Auf in den Heldentod von Shigeru Mitsuki. Wir hatten ja neulich mal Tante Nonno vorgestellt. Und da habe ich mir gedacht, in die Richtung will ich auch mal gucken. Und da mich das Thema ansprach, habe ich mir den genommen. Und noch einen etwas älteren. Und zwar ist das Kei Dorsei von Blaine und Lanzak. Auch aus dem Hause Reprodukt. Andi, was hast du dabei? Bei mir geht es heute um die Collected Stories von Black Set. Und ganz aktuell auch mal ein Rezensionsexemplar, das ich mir angefordert habe. The Beatles vom Bahö Books Verlag. Kenne ich nicht, musste ich euch vorstellen. Ja, es gibt ja verschiedene Beatles Bücher. Du hast das neulich gepostet. Ja, bin gespannt. Patrick, was hast du dabei? Ich habe dieses Mal zwei Titel von Joe Hill, Ein Korb voller Köpfe und Tales from the Dark Side. Also, da haben wir das Horror-Segment für Freitag den 13. mit abgedeckt. Die Folge wird nicht am Freitag den 13. rauskommen, aber das macht ja nichts. Ich habe zwei Titel dabei. Einen, den ich beim letzten Mal erwähnt habe, nämlich das Spiru und Phantasio Spezial Superpage. Wir haben ja beim letzten Mal den Breedstorm mit einem Spiru-Titel auch gehabt. War auch ein Spezial, glaube ich, auf so einen Sonderband. Da habe ich gedacht, gut, dann schließe ich da gleich mal an. Und dann habe ich noch das Buch Eat and Love Yourself von Sweeney Boo mit dabei. Das ist ein amerikanischer Titel, der bisher nicht auf Deutsch erschienen ist, aber da möchte ich gerne drüber reden. Also, dann fangen wir doch mal an, außer jemand schreit, ich möchte noch irgendwas anderes vorneweg erzählen, noch irgendein anderes bestimmtes Thema ansprechen. Ich gebe euch jetzt die Gelegenheit. Andi? Auf jeden Fall, denn ich muss es jetzt hier an der Stelle ganz öffentlich einfach mal sagen. Und der Breedstorm und der Patrick, die wussten es auch nicht. Und Andi, ich muss es jetzt einfach mal sagen, ich habe es gehört, ich habe es mitgekriegt. Du hast fremdgecastet und das müssen wir jetzt hier an der Stelle einfach mal öffentlich machen. Weißt du, dass du das mit Patrick und Breedstorm und mir, dass du das jetzt ja einfach so für was, was ich dafür so hergibst. Ich meine, das mit Dirk ist mir schon klar, da geht es ja nur um das Körperliche. Aber, dass du jetzt hier fremdgecastet hast, das hat mir gefallen. Vielleicht, das musst du nochmal erwähnen, das fand ich ganz cool. Was sind das für Jungs, was hast du da gemacht? Ja, also ich nehme an, du sprichst von der Corner-Philosophie. Ich habe vor ein paar Wochen bei den Freunden von dem Podcast Corner-Philosophie mal wieder mitgemacht. Der Lukas ist ein alter Arbeitskollege von mir, den habe ich auf Arbeit vor einigen Jahren kennengelernt. Der ist vor ein paar Jahren wieder zurück nach Berlin gezogen. Und als er aber noch in Nürnberg war, zu der Zeit, hatte mit einem Freund von hier eben die Corner-Philosophie angefangen. Und da war ich auch ein, zweimal zu Gast zu der Zeit. Und jetzt haben sie mich neulich mal wieder gefragt gehabt, ob ich nicht mehr wieder Lust habe, mitzumachen. Mittlerweile eben über Fernaufnahme. Und ja, da haben wir auch so eine nette Drei-Kopf-Runde gemacht. Und querbeet durch ganz viele Themen gesprochen. Ich weiß gar nicht genau, was für eine Nummer die Folge hatte. Aber jetzt irgendwann im November 2020 war das halt. Und ja, Corner-Philosophie ist ein sympathischer Podcast. Die hatten auch lange Zeit ein bisschen Pause. Jetzt machen sie wieder ein bisschen regelmäßiger. Also wenn ihr irgendwie Lust habt, einfach mal, das ist dann so ein ganz klassischer Plauder-Podcast. Die suchen sich immer ganz unterschiedliche Themen aus. Das kann Popkultur sein. Das kann ein bisschen auch politisch sein und sonst irgendwas. Und quatschen da drüber und hin und wieder eben auch mit Gästen. Ja, und da hatte ich mal wieder die Freude, dabei sein zu dürfen. Und freut mich, da gutes Feedback auch zu hören. Das macht durchaus Spaß. Ja, ich hoffe, dass ich da auch mal wieder mitmachen kann. Aber wenn wir schon dabei sind, hier andere Podcasts zu bewerben, dann möchte ich auch in dieser Folge wieder darauf hinweisen, dass die jetzt aktuellste Folge vom Tele-Stammtisch wieder eine ganz hervorragende geworden ist, wo der Andi sich mit verschiedenen Vertretern deutscher Leihbibliotheken zum Thema Comic unterhalten hat. Also explizit zwei Herren, die er im Gespräch hat und dann noch eine Dame aus Nürnberg, zu der er zumindest schriftlichen Kontakt hatte. Und ja, zum Thema Comics in Leihbibliotheken haben wir hier ja auch schon mehrfach angesprochen. Ich habe ja öfter mal Titel aus der Bibliothek auch dabei, heute nicht. Und das fand ich ein sehr, sehr anregendes Gespräch. Also die zwei Gesprächspartner waren da zum einen sehr unterhaltsam, aber absolut auch sehr informativ. Also das fand ich eine sehr, sehr lohnenswerte Runde. und kann ich unseren Hörern auf jeden Fall auch, wenn sie es noch nicht angehört haben, ans Herz legen. Es gibt einen sehr interessanten Einblick in Bibliothekswesen an sich und dann eben natürlich auch im speziellen Comic in Bibliotheken. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Sehr gerne. Das ist ja das Gute an Podcasts. Die meisten sind ja kostenfrei. Einfach mal reinhören. Wenn es euch gefällt, gefällt es euch. Wenn nicht, dann ich. Ja, das hat es mit Leihbibliotheken gemein. Also hat man vielleicht ein bisschen einen Jahresbeitrag, aber an sich ist es dann recht kostengünstig. Gut, dann lasst uns in die Runde einsteigen, Freitag der 13. Deswegen rufe ich erst mal den heutigen Horrorexperten auf. Patrick, stell mal deinen ersten Titel vor. Also als erstes war es bei mir Tales from the Dark Side. Das ist von Joe Hill und Gabriel Rodriguez. Joe Hill wollte da vor einiger Zeit eben die Serie Tales from the Dark Side wiederbeleben. Das ist nicht geglückt. Es wurde dann in der Produktion eingestellt, wie damals auch die Serie zu Lock & Key. Aber er hat dann gedacht, er schnappt sich seinen Kollegen Gabriel Rodriguez. Und dann haben sie drei oder vier Episoden von dieser geplanten Tales from the Dark Side-Serie im Comic-Format umgesetzt. Das kann man vergleichen mit Geschichten aus der Kruft oder Twilight Zone. Das sind so drei Storys, die sich durch albtraumhafte Welten durch die Dark Side ziehen. Und als verbindendes Element haben wir den Ziggy. Ziggy ist der Charakter, der tatsächlich in allen drei Storys auftaucht. In der ersten ist er Hauptcharakter und in der zweiten ist er dann immer wieder so dieser Nebendarsteller, der das Ganze ein bisschen wie der rote Faden oder den Leim zusammenhält. Ich glaube auch, dass er, wäre die Serie zustande gekommen, dann auch einen größeren Handlungsstrang bekommen hätte. Weil da zeichnet sich im Hintergrund dann so eine Story über diese Dark Side, die sich immer mehr auf unsere Welt ausdehnt, dass sie das ausgeweitet hätten, diese Storyline. Mich als Lock & Key-Fan hat das eben gefreut, die beiden zusammenzusehen, weil die beiden haben eine Dynamik zusammen, die das Ganze eben sehr kurzweilig gemacht hat. Man hatte halt am Schluss nur leider den Eindruck, dass man da nicht alles gesehen hat. Also es wurde nicht alles auserzählt, aber es hat Lust auf mehr gemacht. Also ich würde mir vielleicht einige Bände noch in dem Format kaufen, um zu sehen, wie diese Serie weitergegangen wäre. Aber man wird mit einem offenen Ende halt leider dagelassen. Ich habe auch von dem Comic in der Vergangenheit schon erzählt bekommen und gehört und auch Positives gehört. Und wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, Joe Hill und Gabriel Rodriguez haben mit Lock & Key bewiesen, dass sie ein ganz hervorragendes Duo bilden. Also gerade bei Lock & Key sage ich immer, da merkt man, wie zwei sich zusammengefunden haben, die das Medium Comic auch komplett verstanden haben. Also die wirklich so beide da Meister ihres Fachs sind an einigen Stellen, was das Erzählen in der Kombination von Wort und Bild angeht. Und bei dir klingt das jetzt so ein bisschen raus, als wäre das bei Tales from the Dark Side auch wieder gut geglückt. Das ist gut geglückt. Nur wie gesagt, es war auf drei Staffeln konzipiert. Wir haben jetzt vier Episoden in diesem Format präsentiert bekommen davon. Da kann das natürlich nicht abgeschlossen sein. Ich hoffe auch, dass da entsprechend mehr kommt. Und es ist geglückt, ähnlich geglückt wie diese Adaption von Die Insel des Dr. Moreau, die ich in der Zwischenzeit auch nachgeholt habe. Gabriel Rodriguez hat da einfach einen Stil, der auf dem Horror passt wie Arsch auf einmal. Ich weiß es gar nicht genau hier in dieser Runde. Ich frage mal rum, Breedstorm, hast du Lock & Key gelesen? Ja. Andi? Ja, die ersten vier von sechs Bänden habe ich gelesen. Okay, alles klar. Patrick, du als Lock & Key-Fan, du hast gerade auch schon angesprochen, es gab diverse Ansätze, die als Fernsehserie umzusetzen, die dann alle immer wieder eingestellt wurden. Jetzt mittlerweile gibt es eine Netflix-Serie. Hast du da mal reingeschaut? Ja, ich habe da sogar damals einen Podcast für den Tele-Stammtisch gemacht. Ich habe die Serie gesehen. Ich fand die nett, aber es war schon sehr für Kinder gemacht. Also Arbeitskollege von mir hat das tatsächlich mit seinen Kindern geschaut. Ich habe ihm dann gesagt, ja, nur schenkt deinen Kindern nie den Comic. Da wirst du vom Glauben abfallen, beziehungsweise deine Kinder werden da vielleicht leicht traumatisiert. Finde ich strange, dass man da dann so eine Diskrepanz zwischen Comic und Serie hat. Weil wenn dann Mütter aus Versehen da ihren Kindern was kaufen, die könnten vielleicht einen leichten Schock bekommen und den Comic dann wieder verteufeln oder eine Hetzjagd aufmachen. Ja, ich will das dem auch gar nicht zu sehr vertiefen. Dafür sind wir jetzt heute nicht da. Ich habe die Serie nicht geschaut. Das war jetzt endlich mal eine Serie, bei der ich von vornherein beschlossen habe. Der Trailer sieht nicht danach aus, als wäre das für mich. Also lasse ich es einfach gleich bleiben. Ich bin da bei anderen Serien auch schon eher in die Falle getappt und habe denen dann doch eine Chance gegeben und war dann enttäuscht. Und da habe ich dann doch frühzeitig beschlossen, nee, ich weiß, das ist einfach nichts für mich. Was ich ganz interessant finde, wie gesagt, es gab mehrere Versuche, diese Fernsehserie zu machen. Und es gab vor Jahren schon mal einen Piloten, der gedreht wurde von Mark Romanek. Und dazu gibt es auch einen Trailer. Also den Piloten, den gab es öffentlich so nie zu sehen, aber den Trailer gibt es, den findet man auf YouTube. Und wenn man sich einfach mal nur den Trailer von der Netflix-Serie hernimmt und den Trailer von dieser alten Mark Romanek-Geschichte, komplett unterschiedlich. Und meiner Meinung nach, ich finde die Mark Romanek-Version interessanter und sieht aus, als wäre die wahrscheinlich auch näher am Comic gewesen. Aber finde ich einfach mal so zum Vergleich ganz interessant, sich die zwei Sachen herzunehmen. Aber komplett anderes Thema. Als Leser hatte man doch auch beim letzten Band, wenn ich mich nicht täusche, auch Bonusmaterial. Da hat man auch Bilder zu diesen Piloten gesehen. Also da haben sie wirklich noch eine nette Bildergalerie als Bonus hinzugefügt. Und da kann man sich auch aus Lesern ein Bild von machen, wie das denn ausgesehen hätte. Und die Stimmung ist halt eine deutlich düsterere, als es dann bei der neuen Serie war. Das ist halt echt Burton Light für Kinder, was sie da aus der Serie gezimmert haben. Man hat da den Alkoholismus weggelassen. Also man hat wirklich so diese übleren Themen, womit man anecken könnte, weggelassen. Und das ein bisschen wirklich glatt gebügelt. Also die Kanten abgeschliffen. Gut, also, aber wer Lock & Key die Comics mochte, findet auch bei Tales from the Dark Side Joe Hill und Gabriel Rodriguez zusammen als Team wieder an einem guten Buch. Aber eben mit dem Caveat, dass es ein bisschen eine offene Angelegenheit ist. Aber ansonsten eine Empfehlung. Wunderbar. Dann, außer Andi und Breedstorm wollen zu dem Thema noch irgendwas dazu steuern, würde ich sagen, machen wir weiter. Andi, stell doch mal deinen ersten Titel vor. Sonst hätte ich tatsächlich mal noch eine Erfahrung in den Raum geworfen, auf die Gefahr hin, dass sich da jetzt noch mal fünf Minuten Gespräch draus ergeben. Wenn das okay ist. Schieß los. Also generell die Frage Horror im Comic. Ja, jetzt habt ihr ja gute Beispiele für Horror im Comic genannt. Und ein paar wenige Sachen habe ich auch gelesen. Jetzt ganz aktuell gibt es wieder Swamp Thing in der schönen Ausgabe zu kaufen. Ich kenne vieles der alten Originalsachen von Hellblazer. Die habe ich allesamt gelesen. Aber so insgesamt, Horror im Comic, funktioniert das überhaupt? Also, oder andersrum, ist das gruseliger Horror? Oder muss es das vielleicht gar nicht sein? Wir haben jetzt zum Beispiel auch auf Deutsch dieses Fleisch der vielen gehabt, wo der Patrick im letzten oder vorletzten Jahr ja auch das Interview mitführen konnte mit dem Jurek Malotke. Jetzt frage ich mich ernsthaft, ob so ist das gruselig, wenn man mir im Comic irgendwie was Horrormäßiges präsentieren will? Wie seht ihr das, Patrick? Wie siehst du das? Ich finde, teilweise ist es angenehmer, weil dieser Jumpscare, der mir in Filmen so auf die Nerven geht, der entfällt in den Comics, können sie halt so nicht bringen. Sie können es versuchen zu imitieren. Teilweise funktioniert es über die Erzählung, über die Grundstimmung, die sie da erzeugen wollen. Die Autoren müssen sich dafür eben ein bisschen mehr anstrengen, weil diese bedrohliche Soundkulisse fällt auch weg. die er schon ein bisschen triggert, aber man kann es schaffen. Man muss sich da als Autor nur ein bisschen mehr anstrengen, um Horroratmosphäre zu erzeugen. Und Breedstorm wird mir dazu stimmen, liest die Adaption von Die Insel des Dr. Moro. Da haben sie teilweise so richtig der Bilder kreiert. Da kann ich dann auch nur sagen, doch, das funktioniert. Das kann funktionieren. Ich sage mal, gerade beim Horror ist es sicherlich auch sehr auf die Zeichnungen fixiert. Also da könnte ich nicht so mit 0815 Zeichnungen leben, sondern da muss es für mich schon was Besonderes sein. Und in dem Team, was du eben erwähnt hast, ist das der Fall. Ansonsten funktioniert es bei mir gut mit japanischen Sachen seltsamerweise, die ja so eine ganz eigene Vorstellung von Horror haben, wie man auch in vielen Filmen sieht. Dark Horse hatte dann eine Zeit lang mal den einen oder anderen Horrorcomic am Start, zum Beispiel von Jinju Ito. Spiral into Horror ist so ein, ja, was ich im europäischen Segment oder auch im amerikanischen nie gesehen habe, wo sich jemand einfach eine Angst vor Spiralen entwickelt und dann anfängt, überall Spiralen zu sehen. Und auch das ist zum Beispiel ganz schlimm gezeichnet. Also es tut wirklich vom Hingucken weh. Und nicht, weil das so gore-lastig ist, sondern weil es einen ganz anderen Nerv anspricht, als, was weiß ich, irgendein Slasher-Comic oder so. Ich kenne den Comic nicht, aber ich kenne den Film dazu. Und ich weiß, was du meinst. Das ist so eine richtig schön unangenehme Atmosphäre, die erzeugt wird. Aber man kann nicht zuordnen, woher das kommt. Aber man kriegt dadurch Spiralen wirklich so ein seltsames Gefühl. Es ist wirklich so eine Art Horror, die ich davor noch nicht so erlebt habe. Ja, ich glaube, es gibt ja Horror in verschiedenen Medien. Also Romane arbeiten jetzt auch ganz ohne Bild und Ton, also noch reduzierter auf Text. Und es gibt natürlich ganz unterschiedliche Formen von Horror auch. Und deswegen, klar, funktioniert Horror auch im Comic. Es gibt ganz unterschiedliche Beispiele und da natürlich auch unterschiedlichste Variationen. Manche, die eben auch wieder mehr gory sind oder abgefahren oder absurd. Und manche, die es eher subtiler angehen. Ich habe auch so ein bisschen meinen Zugang erst finden müssen zu Horrorliteratur und auch Horrorcomic. Für mich war es lange Zeit auch eher ein Genre, das ich über Film zu mir genommen habe. Ist wahrscheinlich auch immer noch mein Hauptzugang zum Horror-Genre. Aber mittlerweile lese ich eben auch sowohl Roman als auch Comic. Und Hellblazer hast du ja schon angesprochen. Ich fand schon, dass es da auch einige Runs gab, die auch durchaus auch gruselig waren. Es ist halt immer die Frage, wovor man sich gruselt oder was einen auch irgendwie emotional trifft oder auch was einen schockieren kann eventuell sogar. Das liegt natürlich dann immer am jeweiligen Lesenden dann. Aber es ist ein stark vertretenes Genre im Comic mittlerweile. Doch deutlich. Also nicht nur mittlerweile, sondern auch schon lange. Und ich habe auch schon mal jemanden getroffen, der zu mir gesagt hat, also er findet tatsächlich Comic eigentlich so für ihn persönlich jetzt das geeignetste Medium sogar für Horror. Das kommt bei ihm dann am besten an sogar. Also klar. Also ich glaube schon, dass es für Horrorfans im Comic auch was zu finden gibt. Klassischer Horror funktioniert im Comic-Format sogar ziemlich gut. Aber generell sage ich, dass beim Horrorcomic, da ist es gerade am wichtigsten, dass Autor und Zeichner da eine Symbiose eingehen, dass dann auch die Stimmung übertragen wird, die einer von beiden oder die beiden erzeugen wollen. Also da müssen die beiden wirklich auf einer Wellenlänge sein, um das Ganze so zu transportieren, wie es gedacht ist. Und es gibt natürlich auch Comics, die sowieso nur von einem Menschen geschaffen werden. Da ist das dann mit der Wellenlänge nicht mehr so das Problem. Kann man auch mal eine Sonderfolge draus machen? Horror, Comics? Das wäre vielleicht wirklich mal ein Ansatz, wo man dann sagt, okay, wir nehmen so ein Oberthema und gucken dann, was wir daheim in dem heimischen Sortiment finden. Wir werden trotzdem nicht die franco-belgische Folge vergessen, aber eher machen wir auch. Ich finde schon genug Alternativen, keine Sorge. Ansonsten, wer des Englischen mächtig ist bei Eerie International, reden wir durchaus auch ab und zu mal über Comics und Horror-Comics und hatten vor zwei oder drei Jahren oder sowas eine Interview-Folge mit Josh Simmons. Josh Simmons ist eigentlich ausgewiesener Horror-Cartoonist mit einem sehr, sehr eigenen und absurden und abgefahrenen Stil und mein geschätzter Freund und Kollege David hat da damals das Interview mit ihm gemacht. Also kann man schon was finden. Gut, weg vom Horror. So, Andi, los geht's. Los geht's. Was hast du dabei? Mit einem Comic, den ich vor gefühlten zwei bis drei Jahren mal auf gut Glück bestellt habe, weil er da angekündigt wurde und ich dachte mir, bestellst du mal, soll ja sehr gut sein. Und dann war es nicht plötzlich einfach nur ein Comic, sondern es war gleich die ganze Reihe. Die Rede ist von Black Set. So, Black Set, was verbinde ich mit Black Set? Das ist für mich so eine Reihe, da habe ich immer gehört, die ist wunderschön, die musst du unbedingt gelesen haben. Es gibt ja irgendwie auch ein Computerspiel davon und keine Ahnung, zumindest dann irgendwie eine Computerspiel-Fassung davon. Und sie sollte halt wunderschön sein. Und allein, weil die so wunderschön ist, wäre das Grund genug, sie unbedingt mal zu lesen. Und dann habe ich die irgendwann bestellt, weil die als Collected Edition quasi bei Dark Horse erschienen. Und habe dann mal auf Bezahlen oder Bestellen geklickt. Und irgendwann war die bei mir im Briefkasten. Das war jetzt aber auch schon wieder eine halbe Ewigkeit her. Und dann stand das Ding als Softcover überraschenderweise übrigens auch bei mir im Regal. Und als ich dann jetzt hier die Tage mal in meine heimische Bibliothek gegangen bin, hatte ich plötzlich die Gelegenheit, mir mal die drei deutschen Ausgaben quasi, es gibt insgesamt fünf Stories in Albenformat und es gibt auch noch Kurzgeschichten. Und ich hatte die Gelegenheit, mir die ersten drei dieser Stories in der lokalen Bibliothek zu holen und auf Deutsch zu lesen, die sind auch von der Aufmachung her ein bisschen größer als das, was ich hier gerade vor mir habe. Denn ich habe vor mir, wie gesagt, ein Softcover als gesammelte Form. Es gibt diese gesammelte Form auch auf Deutsch, als Hardcover erschienen bei Carlsen und ist nicht mehr beim Verlag zu bekommen. Die kriegst du horrende Mondpreise noch zu kaufen. Die einzelnen Bände sind hier und da noch mal zu bekommen. Und das muss man schon sagen, das Artwork ist ganz eindeutig das Highlight dieser Reihe. Und deswegen ist jeder Zentimeter, den man dem Artwork mehr einräumt, auf jeden Fall auch ein Grund für ein anderes Format. Das heißt also, wenn ich jetzt hier die Gelegenheit hätte, mir noch mal ein schönes, dickes, größeres Hardcover von Black Set zu besorgen, auch eher noch in Albumgröße, dann würde ich das sehr gern tun. Obwohl auch schon das, was mir hier in der wahrscheinlich etwas kleineren Ausgabe, also definitiv kleiner als die deutschen Alben, aber nicht sehr viel kleiner in der Ausgabe von Dark Horse hier präsentiert wird. So, das zu Black Set. Was ist Black Set eigentlich? Black Set handelt im Wesentlichen von den Geschichten des Privatdetektivs John Black Set. Und der ist, genau wie alle anderen Figuren in dieser Reihe, ein anthropomorphes Tier. Die diverse Rassen, also Tierarten viel eher als Rassen, werden hier genutzt, um einfach Geschichten, ganz klassische, muss man schon wirklich auch sagen, Detektivgeschichten zu erzählen. Ich selbst habe hier und da in meinem Leben schon Detektivgeschichten gelesen und auch gesehen, da gibt es ja zuhauf. Unter anderem hatte ich jetzt zuletzt auch was von, ich glaube auch Carlsen, auch in der Bibliothek im selben Atemzug, Der nasse Fisch oder so hieß das, hatte ich mir geholt. Also es gibt schon eine Menge auch Graphic Novels so in dem Bereich. Und ja, wir haben hier fünf Geschichten, wo wir John Black Set, Dabei beobachten wir halt quasi ein Schlamasselgerät und dann immer irgendwie auch ein Fall daran geknüpft ist. Die haben ganz unterschiedliche Qualität, keine dieser fünf Geschichten ist wirklich schlecht, ganz im Gegenteil. Da gibt es sehr gute Geschichten, welche mit auch Twists, aber letztlich vor allem mit sehr interessanten Figuren, die einfach faszinierend dargestellt sind. So, das so jetzt mal so allgemein, ohne vielleicht jetzt die einzelnen Storys im Detail nochmal besprechen zu wollen, das müssen wir vielleicht auch gar nicht unbedingt. Es gibt so ein paar Dinge, über die muss man sich auf jeden Fall unterhalten. Ich hatte schon das Artwork angesprochen, das ist wirklich fantastisch. Wodurch zeichnet sich das eigentlich aus? Es ist ein komplett, also ich kenne mich nicht genauso aus, kein Plan, ich habe keinen blassen Schimmer, wie mir das genau, aber ich würde sagen, das ist hier irgendwas zwischen Wasserfarbe und irgendwelche Pastelldinger, aber eher so Wasserfahne, also eher so ein bisschen wie das, was man von Marini heißt ja, glaube ich, kennt, der auch bei viel Batman, glaube ich, gerade macht. Und natürlich auch das Artwork von übrigens Juanjo Guanido ist derselbe Typ, der auch später den großen Indienschwindel oder aktuell den großen Indienschwindel macht oder gemacht hat. Vielleicht für Leute, die das eher kennen, weil das noch nicht ganz so alt ist. Black Satin hingegen ist relativ zeitlos, würde ich sagen. Wo spielt das eigentlich und was für eine Zeit? Ja, das könnten schon so 50er, 60er, würde ich schätzen, könnten es sein. Bin mich da, ja, wahrscheinlich, wenn man sich die Autos anguckt, wird das schon passen. Und ja, letztlich ist einfach so, wir haben Geschichten, wo beispielsweise ein alter Mentor aus seinen Kindheitstagen wieder auftritt und mit dem gleich die ganze Entourage dazu. Da gibt es einen Fall zu lösen. Es gibt einen Fall mit rassistischen Motiven, wo dann auch Ku Klux Klan-ähnliche Dinge passieren. Und was mit dem Zirkus und diverse Figuren, die ihn in zwei oder drei dieser Geschichten auch begleiten. Es ist insgesamt ein erwachsener Comic, würde ich sagen. Er ist verhältnismäßig brutal und irgendwie aber auch bodenständig, wie halt so in Kriminaldetektivgeschichten häufig. Da gibt es auch mal aufs Maul und zwar mit der ganzen Faust. Da wird auch mal getrunken. Da gibt es auch Sex, der aber sehr ästhetisch dargestellt ist. Es ist einfach ein cooler, erwachsener Comic, ohne dass ich jetzt die Geschichten selbst, die natürlich im Albumformat auch nur eine begrenzte Anzahl an Seiten haben, sonderlich komplex finde. Eine Kritik, die es gibt, und die habe ich zuletzt auch wieder in einem Podcast gehört, bei den Jungs von Comic Review, dem Helge und dem Daniel, die ja Huntingdown Comics auch machen, die hatten sich über den Indien-Schwindel unterhalten oder auch kurz auf Blacksets sind sie kurz eingegangen. Und da meinte der Helge, und das kann man nicht ganz verneinen, wenn hier jetzt beispielsweise, was haben wir denn hier, eine hinterlistige Figur ihn verfolgt, ihn im Dunkel verfolgt und sich an ihn ranpirscht und dann natürlich irgendwann auch anfällt, dann wird da, wenn man so will, stereotypisch rassistische Motive bedient, denn das ist natürlich die Schlange. Die böse Schlange, die sich von hinten an ihn ranpirscht und dann quasi anfällt. So, wen haben wir denn hier noch? Oder generell der böse Kaltblüter, der Geschäftsführer, der alle von irgendwas die Fäden zieht, wenn man so will, der Boss von irgendeiner Organisation. Das ist halt dann so eine Art Kröte. So, keine Ahnung. Also, das waren so Punkte, keine Ahnung. Oder wenn, die haben zum Beispiel diese rassistische Geschichte, von der ich erzählt hatte, und natürlich sind dann alle bösen Feinde halt weiß. Also, ein Eisbär oder so. Aber darum geht es halt auch in der Geschichte. Also, keine Ahnung, der Helge meinte, und das will ich zumindest erwähnt haben, man hätte hier ein bisschen mehr aufbrechen können, und bei der Wahl der Tiere, die man nutzt, um einzelne Figuren darzustellen, vielleicht mal ein bisschen experimenteller oder, sag ich mal, ja, keine Ahnung, ja, einfach riskierender sein können oder so. Aber dazu will ich, genau, er selbst, unser Protagonist ist ja eine Katze, smarter Typ, schleicht und püscht sich an. Vielleicht so ein Detektiv das macht. Aber wäre es nicht irgendwie auch ganz lustig gewesen, wenn er vielleicht keine smarte Katze gewesen wäre, sondern halt, was weiß ich, ein Vogel oder so. Ähm, keine Ahnung. Ist natürlich auch ein Stilmittel. Ich will jetzt hier auch nicht so groß aufblähen, denn mich persönlich hat das nicht so wahnsinnig gestört. Aber ich kann ihm da schon nicht widersprechen, dass die Wahl der Tiere immer irgendwie auch dazu passt, was die einzelnen Figuren dann auch darstellen sollen. Das wird Absicht sein, ist ein Stilmittel. Aber der Breedstorm wackelt schon so, schüttelt schon so mit dem Kopf und würde mich sehr freuen, dass du mal sagst, was deine Eindrücke davon sind. Du siehst es scheinbar anders. Ja, ganz deutlich. Also ich habe, glaube ich, auch einen englischen Sammelband mit den ersten drei Alben gehabt. Es war allerdings großformatig. Und gerade, wo du es ansprichst, es gibt weiße Tiere und es gibt halt dunklere Tiere. Und darum geht es ja gerade in der Geschichte, dass da das Thema Rassismus behandelt wird. Weil in Black Set ist es eben nicht so, dass eine Tierart eine bestimmte Ethnie darstellt, sondern dass die jeweilige Fellfarbe oder was auch immer da ganz instrumentalisiert wird. Und das wird in dem Comic auch so verarbeitet, dass du weißt, dass das auf keinen Fall rassistisch gedacht ist. Weil diese ganzen, der Eisbär, der weiße Hund, die weiße Katze, das sind diejenigen, die nachher auch als Rassisten dargestellt werden. Also ich finde, das hat das sehr aufgebrochen. Und im weiteren Verlauf von den weiteren Geschichten ist es tatsächlich auch so, dass du nicht unbedingt den Kriminalitätslevel, sage ich jetzt mal, an der Art des Tieres ablesen kannst. Also da kommen ganz eindeutige Dinge raus, wo dann vielleicht auch ein majestätisches Tier, sagen wir wie ein Tiger, auch der Böse sein kann oder umgekehrt. Also das finde ich, das hat da ziemlich gut gewechselt. Und die haben das von Anfang an auch klargemacht, dass das nicht so in Richtung Rassismus oder sonst irgendwas gehen soll, außer halt bei der Fellfarbe. Und da geht es halt speziell um Rassismus, der aber durch einfach die Farbe thematisiert wird und ist auch nicht positiv konnotiert. Und da muss ich noch einschreiten, bei dem Zeitstrahl bist du etwas zu weit vorne mit den 50er, 60ern. Also ist klar an amerikanische Detektivgeschichten und Filme, so aus den 40ern angelegten. Diese typischen Private Eye Detektivgeschichten. Ich sitze in meinem Büro, dann kommt die schöne Unbekannte, hat einen Fall, den ich lösen muss. Also das ist genau diese Nische, in die das Ganze da reinschlägt. Ich habe auch das Spiel gespielt. Gerade obwohl er den nasen Fisch erwähnt hat, das spielt auch in den 30ern, ist eigentlich genau dieselbe Zeitlinie. Ja, also das sind ja diese klassischen Private Eye-Geschichten. Und das Spiel habe ich jetzt auch gespielt auf der PS4. Das ist auch sehr nah am Comic, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wenn es technisch noch gut gewesen wäre, wäre es noch besser gewesen. Weil es war leider teilweise ein bisschen träge, ein bisschen langsam. Wobei die Story und die Optik haben halt gepasst. Das hat es halt wettgemacht. Und auch in diesem Spiel wird es auch widerlegt, dass da irgendwie durch die Tierart bestimmte Rassen oder Ähnliches dargestellt werden. Ich habe nur den ersten Band gelesen, das ist schon Jahre her. Deswegen erinnere ich mich auch gar nicht mehr genau, was die Geschichte in dem ersten Band war. Aber mein Eindruck, der von damals geblieben ist, war auch hervorragende Zeichnungen. Story ein bisschen Standard. Wenn man eben tatsächlich solche Hardboiled Noir-Geschichten aus der klassischen schwarzen Serie und so kennt, macht es da jetzt nichts besonders großartig Neues. Aber das eben in einem hervorragenden visuellen Stil. Und ich glaube auch, dass es sich zum einen eben da sehr bewusst auf diese Filnoir-Tradition bezieht. Und dann andererseits sicherlich auch eben stark auf eben so ganz klassische Fabelmotive. Also, dass manchen Tieren eben auch bestimmte Attribute zugeordnet sind. Breedsum hat gesagt, das wird dann auch noch aufgebrochen. Wie gesagt, ich habe nur eine Geschichte gelesen. Aber ja, also, wie gesagt, seit Jahren nicht angefasst. Meine erste Idee wäre jetzt auch nicht gewesen, Mensch, da hätten sie aber auch mal Funky in Flamingo irgendwie den Detektiv sein lassen. Hätten sie machen können, meinetwegen. Aber offensichtlich war die Intention da auch eine andere. Ansonsten, wer einen Vogel als Detektiv sehen will, soll Carnado lesen. Da ist der Detektiv eine Ente. Es ist dann aber eben auch nicht so der geile Katzendetektiv, sondern ist eben auch die versoffene, runtergekommene Ente. Habt ihr Carnado mal gelesen, Patrick? Leider nein. Anderen schütteln auch den Kopf. Ich weiß auch gar nicht, ob es aktuell noch aufgelegt wird. Das war auch so eine Comic-Reihe eben in den 80ern, als ich so angefangen habe, so Alben-Comics zu lesen. Eine Reihe, die mich damals stark geprägt hat, weil das eben auch so ähnlich, wie Patrick vorhin meinte, wenn Kinder dann plötzlich einen Lock-and-Key-Comic in die Finger kriegen, weil sie nur die Serie gesehen haben, wo wir halt damals auch so, ich weiß nicht, wie alt wir waren, zehn, zwölf oder sowas, einfach jeden Alben-Comic quasi aus der Bücherei ausgeliehen haben, den wir so in die Finger kriegen konnten. Und dann eben auch Carnado und halt auch so, ja, anthropomorphische Figuren, lustige Tiere und so, aber halt ganz, ganz, ganz düstere, depressive Geschichten, die vielleicht gar nicht so für unser Alter geeignet waren, aber sah halt so aus, als wäre es halt so ein Tier-Comic. Also Carnado, wenn man das mal wieder irgendwo in die Finger kriegt, mich juckt es schon seit Jahren, das mal wieder zu lesen, weil ich das wirklich stark in Erinnerung habe, aber seit Jahrzehnten mittlerweile tatsächlich nicht mehr gelesen habe. Also auch so an die Noir-Reihe angelegt, aber vielleicht Story-mäßig ein bisschen interessanter als das, was mir von Black Sad hängen geblieben ist, weil es doch auch mehr einen eigenen Weg geht. Das wäre übrigens auch gleich mein Fazit, das würde ich dann nochmal in Patrick weitergeben, weil ich glaube, du hast aktuell auch nochmal was davon gelesen. Aber eine positive Sache auf jeden Fall noch, denn was in der kompletten Reihe ausnehmend gut funktioniert, ist das Thema Emotionen. Schock, Liebe, Freude, dramatische Situationen generell, in einem gewissen Rahmen auch alles, was so Richtung Dynamic Action halt, Bewegung geht, all das in Sachen, die ausnehmend gut funktionieren, die sind super dargestellt. Ich weiß mit einem Blick genau, was die Figur denkt oder sagen will irgendwie, finde ich echt richtig gut und das will ich auf jeden Fall erwähnt haben, weil mir das wirklich sehr positiv hängen geblieben ist und lässt sich vor allem auch wieder aufs Artwork zurückführen. Denn, wie gesagt, zum Fazit, insgesamt, die Storys, die sind cool, aber das ist eine Reihe, die kauft man jetzt nicht wegen der Handlung. Gar nicht. Die sind nett, die sind soweit nicht schlecht oder so, ganz im Gegenteil, das ist, das geht schon, das ist die Tendenz, die klingt das schon wieder viel negativer, als es war, aber das, wie gesagt, die Kaufmann wären das wegen des Artworks. Patrick, wie war da deine Meinung zu? Also, ich hab's tatsächlich noch mal aufgefrischt, nachdem du dieses Bild gepostet hast. Ich hab jetzt nicht alle Alben davon gelesen, aber ich stimme da auch dem Bibliotheken an die Stück zu, dass die erste Story, da merkt man, dass er da noch nicht ganz so ausgereift war im Storytelling. Man muss dazu sagen, der Juan Dias Canales, ich glaube, so wird er ausgesprochen, war ein ehemaliger Zeichner von Disney. Und ich denke, im ersten Band hat er einfach so eine To-Do-Liste abgearbeitet, was gehört in so einen Crime-Comic rein. Und ab dem zweiten Band durchbricht er da diese Erwartung, spielt damit auch ein bisschen besser. Und ab da finde ich auch den Erzählfluss besser. Dann sind es dann auch tatsächlich mal Bösewichte, mit denen man nicht gerechnet hat. Dann sind die, die auf den ersten Blick böse aussehen, teilweise auch nur die Handlanger, die klassischen, von dem Bösewicht. Zum Beispiel diese Reptilien, die sind kaltblüsig, deswegen müssen sie Killer sein. Das fand ich im ersten Band auch so ein Stück weit langweilig. Aber die bringen dann in den nächsten Bänden auch deutlich mehr Vierschichtigkeit rein. Dass ich das auch ziemlich, ziemlich klasse fand. Ja, man liest es nicht unbedingt wegen den Storys, aber ich finde, das jetzt alles simpel abzustempeln, ist jetzt auch nicht ganz gerecht. Aber wenn man auf 40, 50 Seiten so eine Story reinpressen muss, dann ist es trotzdem noch bemerkenswert, dass er trotzdem diese ganzen Emotionen, die er abfeuern will, dann auch schafft, da zu kanalisieren und das dann auch über die Gesichter vermittelt, dann auch, dass einem die Schicksale dieser Darsteller auch nicht am Arsch vorbeigehen, sondern dass du da teilweise auch mitleidest mit denen, was die da durchleben. Also wir haben doch diesen einen heroinsüchtigen Jazzmusiker und du siehst richtig, wie der abgemagert ist. Da denkst du, ach. Also ich finde, die haben das grafisch. Was sie jetzt in den Texten nicht unterkriegen, das bringen sie grafisch ziemlich geil runter. Und ja, also mir hat das optisch sehr Spaß gemacht. Ich habe das auch gern als Disney trifft Sin City beschrieben. Storytechnisch schafft es das nicht immer einzuhalten, was die Grafik verspricht, aber mir hat das durchgehend Spaß gemacht. Und der Indienschwindel, dass er seinen Nachfolgewerk, das war letztes Jahr einer meiner Lieblingsbände aus dem Jahr 2019. Also auch da unbedingt mal reinlesen. Und wie gesagt, ich kann dir den auch gern mal leihen, falls du das mal lesen willst. Sehr gern. Ich hatte da mal einen Spaß. Was war optisch besser? Blackshed oder der Indienschwindel? Ich finde, er hat sich beim Indienschwindel ein bisschen weiterentwickelt. Also man merkt dem von Band zu Band dann auch eine grafische Weiterentwicklung an. Und ich habe nach Blackshed auch nicht gedacht, dass er was anderes schafft als anthropomorphische Tiere. Auch da habe ich mich dann getäuscht. Alles klar. Also scheint alles durchaus Empfehlungen zu sein. Also über Blackshed hört man eigentlich auch selten was Schlechtes. Also ganz viele Menschen haben das in den letzten Jahren. Mich wundert es, dass du sagst, dass es anscheinend gerade nirgends aufgelegt wird, wenn ich dich da richtig verstanden habe, dass man die deutschen Bände irgendwie nur antiquarisch kriegt. Weil ich eigentlich immer über die Jahre immer nur Menschen habe Schwärmen hören von den Bänden. Aber gut. Die gesammelten Werke sind recht schwer zu bekommen. Du kriegst die Einzelbände bei Carlsen auf Deutsch durchaus noch. Das ist rein vom Format her auch eine sehr gute Wahl. Alles klar. Ich habe auch gerade nachgeschaut, Canardo ist bei Schreibe und Leser aktuell aufgelegt. Da gibt es auch Sammelbände der Alten und es gibt auch anscheinend Fortführungen der Serie. Mal reingucken. Gut. Und Breedstorm, du bist der Nächste. Was hast du mitgebracht? Dann Auf in den Heldentod aus dem Hause Reprodukt von Shigeru Mitsuki. Wie gesagt, wir hatten ja Tante Nono neulich auch schon im Podcast und da habe ich gedacht, okay, gebe ich dem Herrn doch mal eine Chance, weil mich das Thema auch interessiert. Auf in den Heldentod ist teilweise ein autobiografischer Comic, in dem Shigeru Mitsuki seine Erlebnisse als Soldat der kaiserlich-japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg verarbeitet. Er war ganz normaler Rekrut quasi bei der Armee und wurde auf einer von den vielen besetzten, von den Japanern besetzten Inseln mit 500 anderen Japanern stationiert, bis dann 1943 die amerikanische Armee kam. Und die Japaner standen dann relativ schnell auf verlorenen Posten und in diesem Band beschreibt er halt seine Erlebnisse zu 80, 90 Prozent. Das wird hinten im Band erklärt, was ist jetzt da von Fiktion und was ist ihm wirklich passiert. Er hat viele Menschen darin verarbeitet, die er persönlich kannt und seine eigenen Erlebnisse. Und als Deutscher und auch als Europäer ist man halt mit anderen Kriegskomics meistens sozialisiert. Da geht es meistens natürlich um Sachen, die mit Nazis zu tun haben, mit, was weiß ich, Landung in der Normandie. Aber dieses Pacific Theater, das ist hier, ich will nicht sagen unbekannt, aber deutlich weniger repräsentiert, als wir es mit Sachen haben, die einen Bezug zu unseren eigenen Kriegsgeschichten dann haben. Die japanische Armee, merkt man ziemlich schnell, hat eine komplett andere Ehrvorstellung, als es vielleicht in europäischen oder auch amerikanischen Armeen ist. Also da ist immer noch dieses, was man auch aus Samurai-Geschichten kennt, diese Ehre, das ist ein ganz wichtiger Faktor bei denen. Und alles andere wird dem untergeordnet. Es ist vollkommen üblich, dass die Offiziere zum Beispiel, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt, dann verprügeln sie einfach die Mannschaftsdienstgrade oder sowas. Das ist ganz normal, wenn die irgendwas machen, dann fangen die halt eine. Und das menschliche Leben an sich ist relativ wenig wichtig, solange die Ehre nicht gefährdet ist. Und das Ganze mündet dann drin, dass die große Invasion der Amerikaner auf dieser Insel dann beginnt. Und es ganz klar ist, es wird sich nicht zurückgezogen. Die japanische Kommandantur erwartet natürlich, dass man sich aufopfert. Also wenn man nicht gewinnen kann, soll trotzdem bitte niemand zurückkommen. Also es darf sich auch niemand ergeben. Das wäre nicht ehrenvoll. Und in diesem Umfeld muss dann Shigeru Mitsuki oder sein alter Ego in diesem Band sein Leben fristen. Das ist geprägt dadurch, dass die Voraussetzungen da auf der Insel natürlich denkbar schlecht sind. Viele leiden an irgendwelchen Krankheiten, die sich dort eingefangen haben. Hunger ist überall präsent. Also die Leute sagen, sie wären lieber tot, als dass sie noch länger hungern. Und die Bedingungen sind sehr, sehr schlecht. Und jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie das im europäischen oder amerikanischen Comic aussehen würde. Bei Shigeru Mitsuki ist es natürlich so, er zeichnet das ganze Cartoon nicht. Also das sieht nicht aus wie die Standardvorstellung, die man vom Manga hat. Sondern er zeichnet die ganzen Soldaten da drin mit sehr cartonigen Sachen, mit hervorstehenden Szenen, mit seltsamen körperlichen Ausprägungen. Wenn das jemand außerhalb von Japan zeichnen würde, dann hätte er relativ schnell wieder einen Rassismusvorwurf, dass er die Japaner so darstellt, wie sie in diesem Manga auch dargestellt sind. Ist aber hier natürlich nicht der Fall, weil Shigeru Mitsuki natürlich einer der sehr bekannten Mangaka ist. Und das auch schon seit Jahrzehnten. Also er ist ja vor einigen Jahren gestorben. Und seine Werke sind in Japan deutlich verbreiteter, habe ich jetzt gelesen, als sie bei uns hier der Fall sind. Das Ganze kommt aus dem Jahr 72, was auch nochmal sehr interessant ist, wie sie da diese Beteiligung am 2. Weltkrieg schon verarbeitet haben in Comicform. Was sich auch an jüngere Leser so ein bisschen richtet, weil ich glaube nicht, dass es 1972 zum Beispiel in Deutschland einen Comic über ernsthafte autobiografische Wehrmachtserlebnisse zum Beispiel gab. Also das scheint in Japan auch da eine andere Einstellung zu der ganzen Kriegsgeschichte zu sein. Obwohl die ja natürlich auch Asien, also China zum Beispiel angegriffen haben, Thailand, die Philippinen. Also die waren ja auch in viele Sachen verstrickt, auch in viele, viele Menschenrechtsverletzungen, Morde, Vergewaltigungen. Es war ja da auch Thema. Das kommt jetzt hier natürlich nicht zum Tragen, weil auf dieser Insel, da scheint sonst niemand zu sein. Die verteidigen die halt ganz allein gegen die Amerikaner. Und wie gesagt, dieser krasse Widerspruch von diesen cartoonhaften Figuren. Also das ist schon fast eher wie Beetle Bailey, bloß halt mit einem ernsthaften Hintergrund. Weil wie gesagt, wenn der eine fast krankenhausreif verprügelt wird von seinem Offizier oder andere werden vom Krokodil gefressen, weil sie einen Fluss überqueren oder andere schreckliche Tode. Also da passieren ständig, dass irgendjemand irgendwas macht und dann einfach stirbt. Also einer isst ein Fisch aus Verzweiflung und stirbt dann an der Gräte in seinem Hals. Und trotzdem wird das sehr, sehr cartoonig hier dargestellt. Außer die Hintergründe. Die Hintergründe sind sehr realistisch gehalten. Dieses ganz Tropische von so einer Pazifikinsel ist sehr, sehr realistisch. Also man könnte fast beinen, da hätten sie auch einige Fotos übermalt, wie das vielleicht auch üblich war. Und ja, also es ist ein krasser Widerspruch. Und das ist wirklich so eine Art Manga, wie ich es noch gar nicht gelesen habe. Dann bin ich, ich werde auch nochmal in andere Sachen von ihm reingucken und mal schauen, ob mir dieser spezielle Effekt auch bei anderen Themen, die er behandelt hat. Er hat ja so einen speziellen Bezug zu dieser japanischen Geistervorstellung, wie sie da gelehrt wird. Und da werde ich auf jeden Fall mindestens noch ein, zwei Bände von ihm mir zulegen. Hat das jemand von euch gelesen? Ich nicht. Ich habe ja nur den Tante Nonnon gelesen, den ich dann vorgestellt hatte. Und das war auch mein erster, bisher auch einziger Band von ihm. Aber mein Fazit war auch, dass ich ihn als Erzähler sehr spannend fand, dass ich seinen Cartoon-Stil auch sehr mochte. Ich hatte auch den Eindruck, dass manche Hintergründe eventuell von Fotos her kamen, also sehr realistisch auch dargestellt waren. Und was du gerade beschreibst, ist etwas, was ich auch sehr, sehr spannend finde, wo ich auch finde, dass das im Comic auch gern häufiger passieren kann. Was manche auch schon machen, tatsächlich ernste Themen in einem cartoonigen Stil zu verarbeiten. Das, finde ich, macht einen sehr, sehr interessanten Effekt, wenn man so mit etwas knuddeligen Bildern, aber dann mit harten Themen konfrontiert wird. Also ich finde das sehr vielversprechend, was du da erzählt hast. Und natürlich auch, was du auch gesagt hast, dass man mal eine andere Sichtweise, einen anderen Blickwinkel auf historische Ereignisse bekommt, die nicht die eigene Sichtweise sind oder nicht der eigene Blickwinkel, wie man ihn sonst überall in Schulen und Reportagen gelehrt bekommt. Also auch mal sich in, ja, historisch gesprochen quasi den Gegner hineinversetzen und mal aus der Perspektive die historischen Umstände und Begebenheiten dann auch mal zu lernen. Und zumindest so die als nachkommende Generationen sich auch mal einen etwas breiteren Blick zu verschaffen und nicht nur die eigene Geschichte, die natürlich auch wichtig ist. Aber um solche Zusammenhänge zu verstehen, sicherlich auch wichtig ist mal die andere Perspektive mit einzunehmen. Wovor ich mich so ein bisschen scheue, ist der Umstand, er hat zum Beispiel auch einen Manga gemacht namens Adolf, wo er das Leben von Adolf Hitler beleuchtet. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das lesen will, weil erstens, da kennt man ihn nahezu jede Sekunde von aus dem Schulunterricht und aus Dokumentationen. Und zweitens weiß ich nicht, ob ich diese japanische Sicht auf diese Figur unbedingt sehen möchte. Also da scheue ich mich so ein bisschen. Ich habe einen anderen Manga namens Adolf schon mal gelesen. Da ging es aber um drei verschiedene Adolfs. Also da ging es, wo sich die Leben so überschnitten haben, einen Botschaftssohn aus Japan, also dann Adolf Hitler natürlich und noch einen. Und das war ein anderer Ansatz. Aber diese Lebensgeschichte da von ihm lesen will, das bezweifle ich tatsächlich so ein bisschen. Ja, man muss ja auch nicht alles. Also das ist ja auch sicherlich nicht für den deutschen Markt gemacht ursprünglich mal. Das ist nun mal für japanische Leser gemacht. Wir haben wahrscheinlich alle in unserem Leben, erstens in der Schule und dann, falls das Interesse da ist, auch noch so irgendwie in Reportagen, Büchern etc. viel vom Dritten Reich gelernt. Und ja, also wir sind jetzt sicherlich nicht die Zielgruppe, wenn nicht ein besonderes Interesse da ist, auch noch die japanische Biografie in Anführungsstrichen irgendwie mitzulesen. Ich weiß nicht, ist das überhaupt, ist das auf Deutsch aufgelegt auch? Das ist auf Deutsch erschienen, aber sie haben das Cover anpassen müssen, weil das Originalcover halt einfach eine riesige Hakenkreuzfahne ist. Das finde ich immer ein sehr, sehr interessantes Ding, da hast Andi auch in der Bibliothekenfolge ja drüber gesprochen, wie das ist mit Hakenkreuzen im Comic. Manchmal wird es rausgenommen, manchmal nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Verlage sich einfach proaktiv vor irgendwelchen Klagen schützen wollen, die wahrscheinlich gar nicht kommen würden. Die ersten Hellboy-Comics, da haben sie ja auch die ganzen Hakenkreuze zu so, ja, Xen-Kreuzen irgendwie gemacht. Ja, eigenes Thema. Ich weiß nicht, ich erinnere mich, ich habe im Kino gearbeitet, als American History X ins Kino kam und da hatten wir auch die Filmplakate in zwei unterschiedlichen Versionen. Das ist ja Edward Norton irgendwie auf dem Plakat drauf mit blanker Brust und der dieses riesige Hakenkreuz auf die Brust tätowiert. Und dann hatten wir das Plakat in zwei Versionen, einmal mit dem Hakenkreuz und einmal ohne, wo dann einfach nur das X von American History X quasi so an der Stelle dann war. Und dann konnten die Kinobetreiber jeweils entscheiden, welches sie aufhängen wollten, aber nein, gut. Gut, was mich kurz noch interessiert wird zum Heldentod, das zeigt das denn die Gräueln des Krieges sehr, also auch so, ich habe jetzt gerade ein Foto gesehen von einem Massengrab. Habe ich gerade eine alte Pressemail gefunden, da war ein Foto von einem Massengrab drin. Geht es da auch drum oder geht es eigentlich wirklich darum, wie die japanische Armee so untereinander agiert? Ja, beides. Also sie agieren untereinander und dann hast du immer wieder Angriffe von den Amerikanern, die die bombardieren. Und nach der Bombardierung liegen halt dann zig Leute auf dem Boden. Und dann kann es auch sein, dass die Darstellung sich ändert und du dann so eine Art wie ein eingescanntes Foto oder sowas hast. Ja, also das ist teilweise nicht ganz zu unterscheiden, ob das selber, wie viel davon selber gezeichnet ist und wie viel wurde einfach übermalt. Oder man muss halt immer noch bedenken, dass es von 72, also sie werden da wahrscheinlich andere Methoden benutzt haben, als es heute schon der Fall ist. Aber auch die Darstellung von zum Beispiel Kriegsschiffen von den Amerikanern oder so, das sieht ganz klar aus, als käme das vom Foto. Und das kann sich innerhalb von zwei Panels kann sich das ändern, dass du von Cartoon auf realistische, dieses Massenkrabbild ist natürlich sehr beeindruckend. Da haben sie natürlich eins, ja, eine Splashpage eigentlich schon rausgenommen, die eigentlich, wo ich gesagt hätte, okay, die hätte man vielleicht erstmal für sich behalten sollen. Was mir noch eingefallen ist, wo ich Kritik üben muss, ist, dass es sind eine Unmenge an Figuren da drin und ich habe Probleme, diese auseinanderzuhalten. Also es gibt immer mal besondere Merkmale. Nee, also die sind schon unterschiedlich dargestellt, aber es gibt, ich habe trotzdem Probleme, da eine durchgehende, irgendwelche Identifikationsfiguren zu finden, wo ich sage, das ist doch der, der vorhin dieses oder jenes gemacht hat. Also es gibt unterschiedliche Arten von Typen, die ein bisschen dümmlich aussehen, die Offiziere sehen meistens ein bisschen böser aus, aber dafür, dass wirklich sehr viele da vorne beschrieben sind und die er auch persönlich kannte, habe ich doch starke Probleme, die irgendwie zuzuordnen. Also kann der nur so zwei, drei unterschiedliche Gesichter zeichnen und dadurch ist es manchmal so ein bisschen schwer zu unterscheiden. Es ist sicherlich auch schwierig, ich vermute mal, die sind dann alle in der gleichen Uniform dargestellt, alle eine ähnliche Frisur, das ist nun mal das Ding Armee, da geht es ja auch um die Entindividualisierung des einzelnen Soldaten, also von daher, das ist ja an sich auch gewollt und dann ist es da wahrscheinlich auch schwierig, vor allem dann ist es auch noch in schwarz-weiß, gut, selbst wenn es farbig wäre, hätten die Uniformen auch alle die gleiche. Farben, da die jetzt alle so individuell zu gestalten, dass sie also auf den ersten Blick auch wirklich auseinander zu halten sind. Also ja, das bringt glaube ich das Sujet mit sich und vielleicht ist es auch irgendwie ein bisschen mit einem gewollter Effekt. Also alles, was du jetzt erzählt hast, hat mich auch teilweise so ein bisschen an die Serie Band of Brothers erinnert, die ich damals auch sehr spannend fand in ihrer Erzählweise, gerade eben auch darauf hin bezogen. Da gab es ja auch nicht so die expliziten Identifikationsfiguren, vor allem auch deswegen, weil manchmal Figuren halt auch einfach verschwunden sind. Also die sind halt dann irgendwie entweder gestorben oder sind nach Hause geschickt worden oder sind zu einer anderen Abteilung geschickt worden, einer anderen Division. Und dann sind die halt auch nicht mehr aufgetaucht, was halt einfach auch eine sehr realistische Erzählweise in dem Moment ist. Und ja, ich weiß nicht, wie Mizuki sich das so gedacht hat, aber so ein bisschen hat es mich daran auch erinnert, was du jetzt gerade so geschildert hast. Okay, dann glaube ich, haben wir das soweit besprochen, dann würde ich jetzt meinen ersten Comic vorstellen und ich greife dabei zu Spiru und Fantasio Spezial namens Superpage Rächer Widerwillen. Wie der Name Spezial sagt, das ist also ein Band außerhalb der regulären Spiru und Fantasio Reihe, ist also quasi eine Spin-off Reihe, die jetzt neu gestartet wurde, in der es um Spiru als Superheld geht. Diese Figur des Superpagen wurde kreiert in einer Reihe von Kurzgeschichten, die auch schon in einem anderen Band erschienen sind bei Carlsen und den ich nicht gelesen habe und deswegen jetzt auch gerade spontan den Titel nicht vor mir habe. Aber diese Kurzgeschichten waren wohl soweit beliebt, dass da jetzt auch der erste Band in Albenform rausgekommen ist. Das Ganze ist geschrieben von, und man verzeiht mir wieder, mangelhafte französische Aussprache oder belgische Aussprache, geschrieben von Fabien Wellmann, gezeichnet von Joan. Dann die Farbgebung ist von Fabien Alquier und die deutsche Übersetzung ist von Marcel Lecomte. Wie gesagt, bei Carlsen erschienen wir alles Peru-Bände und zwar jetzt dieses Jahr 2020. Wie gesagt, diese Kurzgeschichten, in der die Figur zunächst eingeführt wurde, habe ich nicht gelesen, aber dieser vollständige Band gibt einem den Einstand auch, macht einem den Einstieg auch einfach. Die ganze Vorgeschichte wird quasi nochmal erzählt ein bisschen aus der Sicht von Pips, dem Eichhörnchen. Auch ein bisschen so eine Meta-Ebene mit drin, wo der Leser quasi direkt angesprochen wird und erklärt wird, wie es jetzt hier zu dem Super-Pagen kam und was es damit auf sich hat. Die Prämisse ist quasi die, Spirou hat, um die Verkäufe der Spirou-Comics ein bisschen anzukurbeln, sich des neuen Trends der amerikanischen Superhelden angenommen und hat die Figur Superpage kreiert. Und hat dann aber relativ schnell gemerkt, dass das doch eine sehr anstrengende und lästige Angelegenheit ist und man als Superheld auch nicht immer nur Applaus bekommt und hat dann dieses Kostüm auch wieder abgelegt. Und das ist dann die Geschichte, die dieser Band aufnimmt, dass dann plötzlich ein Superpage wieder auftaucht, der nicht Spirou ist und Spirou dann das Kostüm wieder anlegen muss, um dieser ganzen Sache auf die Spur zu gehen. Und dann gibt es natürlich auch noch diverse Verschwörungen und Kriminalfälle, Immobilien, Geschäfte, kriminelle Art, die es dabei auch noch mit aufzuklären gilt. Die Figur des Superpagen ist kein Superheld in dem Sinne, dass er tatsächlich Superkräfte hätte, wie es jetzt bei Superman zum Beispiel der Fall ist, sondern dass es eben schon einfach nur Spirou ist, der aber mit verschiedenen Werkzeugen, die er vom Grafen Rummelsdorf wie immer gebaut bekommt, so ein Jetpack auf dem Rücken hat, mit dem er dann fliegen kann, beziehungsweise ein Propeller. Und auch noch so verschiedene Injektionen sich geben kann, die ihn entweder super stark oder auch super schlau machen. Und da gibt es natürlich auch diverse Male, wo das nicht ganz so funktioniert, wie es eigentlich gewünscht ist. Die Darstellung der Figur selbst in dieser sehr retro anmutenden Pagenuniform mit einer schwarzen Maske über den Augen und eben diesem Jetpack beziehungsweise Propeller auf dem Rücken hat mich sehr an die Figur des Rocketeer erinnert. Eine Figur, die mir sehr nahe ist, sowohl Film als auch die Comics. Also Rocketeer ist so eine meiner Lieblingscomicfiguren. Das ist wahrscheinlich auch das, was mich zu diesem Band hat greifen lassen. Ebenso dieses Retro-Kostüm und dann, dass eben Spirou auch eine Figur ist, die mich vor allem als junger Comicleser extrem stark geprägt hat. Ich möchte sagen, das war eigentlich meine erste wirkliche Lieblingscomic-Reihe, wo ich damals auch wieder so in den 80er Jahren jeden Band zunächst aus der Bibliothek und dann später selber kaufend auch gelesen habe. Und ich habe jetzt schon lange kein Spirou mehr gelesen, wollte aber immer mal. Und jetzt eben diese Superpage-Figur hat mich schon interessiert, als ich diesen Kurzgeschichtenband im Comicladen habe liegen sehen vor einiger Zeit. Und es war eben explizit diese Figur, die mich dann auch hingezogen hat, als ich dann durchgeblättert habe und festgestellt habe, okay, es ist ein Kurzgeschichtenband und es geht nicht um diese Superpagen-Figur in jeder Geschichte, habe ich den Band erstmal nicht mitgenommen. Und dann eben die Gelegenheit genutzt, als ich gesehen habe, aha, jetzt ist auch ein ganzes Album um diese Figur raus. Das interessiert mich dann doch, das nehme ich mir mal mit. Ich finde es von der grafischen Gestaltung extrem gelungen. Ich mag den Zeichenstil sehr gerne und auch die Farbgebung, wenn ich das richtig verstanden habe, sind Wählmann und Johann auch diejenigen Menschen, die aktuell die Kernserie betreuen, die richtige Spirou und Fantasio-Reihe, wie gesagt, habe ich momentan nichts von gelesen. Jetzt dieser vorliegende Band, Superpage, wie gesagt, sieht toll aus, von der Handlung her ist es okay. Ich fand es nicht komplett überzeugend, ich fand es insgesamt dann irgendwie doch ein bisschen dünn, hätte ein bisschen mehr Tiefe vertragen oder auch an sich einfach mehr Handlung. So diese ganze Meta-Ebene mit, die Comics existieren auch innerhalb der Geschichte. Spirou arbeitet irgendwie dafür, dass eben der Verlag da auch mehr Comics verkaufen kann. Also Comics, die auf seinen Abenteuern basieren. Auch, dass er quasi ein ökologisches Gewissen an den Tag legt und feststellt, ich reise hier immer überall um die ganze Welt und erlebe irgendwelche Abenteuer, die dann als Comic verkauft werden. Aber das ist ja für die Umwelt auch total schädlich, dass ich jetzt da die ganze Zeit durch die Gegend jette. Deswegen bleibe ich jetzt mal lieber zu Hause und erlebe hier Abenteuer und werde deswegen Superheld. Das ist alles ganz witzig, aber wie gesagt, mich hat die Handlung dann doch nicht so sehr mitgerissen, dass ich es zu 100 Prozent auf jeden Fall für jeden empfehlen würde. Man muss wahrscheinlich schon so ein bisschen Spirou-Liebhaber sein, um da dann hinzugreifen. Und wie gesagt, mir hat das schon Spaß gemacht, aber tatsächlich, wenn jetzt nicht das Kostüm zum Beispiel so cool wäre, wie ich es finde und ich einfach Spirou an sich sehr gerne mag, einfach aus meiner Comic-Historie, dann würde ich sagen, ich hoffe, dass weitere Bände vielleicht etwas interessantere Abenteuer erzählen, da wo der Witz vielleicht noch ein bisschen besser greift oder eben auch die Abenteuer-Elemente noch stärker sind. Und hier in diesem Band fand ich es jetzt ein bisschen flach, nicht zu negativ sollte es jetzt klingen. Das ist schon okay, aber es ist eben auch nicht wirklich mehr als okay, zumindest auf der Handlungsebene. Grafisch fand ich es wirklich sehr gut. Was man echt mal sagen muss, ist ja bei diesen Bänden, ich habe gerade versucht eine Leseprobe zu finden, konnte ich leider nicht, bin gerade auf der Carlsen-Seite. Ich finde es super, was für ein Preis-Leistungs-Verhältnis das Ding hat. Also wenn das stimmt, was hier steht, dann hat der für 14 Euro 96 farbige Seiten und das Ganze ist ja auch größer als A4, soweit ich die kenne, die Dinger. Das ist schon ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, oder? Ja, also es ist halt so ganz klassisches europäisches Alben-Format. Tim und Struppi, Spirou, also die haben ja alle so das gleiche Format. Ja, also der Band Softcover kostet 14 Euro, das ist richtig. Die Handlung endet auf Seite 84 und dann hat es noch hinten einen Anhang mit diversen Skizzen und Kommentaren und noch eine Kurzgeschichte, eine einseitigen auch. Also ja, also die Angaben, die du gerade gesagt hast, die stimmen und ja, kann man sich wirklich nicht beschweren, das stimmt. Also man bekommt doch für 14 Euro einen gehörigen Satz an Seiten und ich finde schon, ja, das geht absolut in Ordnung, was Karlsen da machen kann. Das hat sicherlich auch mit der Auflage zu tun. Karlsen fährt wahrscheinlich doch auch größere Auflagen als andere Verlage mit anderen Reihen und Spirou ist nun auch wirklich ein alter Klassiker, läuft seit Jahrzehnten immer wieder auch unter unterschiedlichen Autoren und Zeichnern. Und da, ja, kann Karlsen das wahrscheinlich zu einem Preis produzieren, dass sie es dann eben auch für 14 Euro verkaufen können. Und hatte ich dich richtig verstanden, du hattest zu Beginn gesagt, dass auf den ersten Seiten so ein bisschen die Origin, wenn man so will, erzählt wird. Das heißt also für Einsteiger ist der sicher geeignet. Genau, absolut. Also wie gesagt, auf den ersten Seiten hat man eben Pips, das Eichhörnchen, das einem so einführt, wie es denn jetzt zu dieser Figur Superpage kam. Wo die Idee herkam, warum Spirou das gemacht hat, warum Spirou das dann auch wieder aufgehört hat. Das geht über ein paar Seiten, bis man dann an den quasi jetzigen Punkt kommt, wo das eigentliche Abenteuer dann einsetzt. Das ist aber auch wirklich so in den Comic eingebunden. Also das ist jetzt nicht quasi ein Vorwort, wo einem das erzählt wird, sondern schon so als Einstieg direkt in die Comic-Erzählung. Also ja, man kann das absolut in die Hand nehmen, selbst wenn man noch nie einen Spirou-Comic gelesen hat. Dann erkennt man sicherlich die Figuren nicht wieder, dann weiß man nicht, wie der Graf von Rummelsdorf ist und was da die Backstory ist und das alles. Nichtsdestotrotz ein Band, den auch Spirou-Unkundige lesen können. Klingt gut. Vor allem, da kann ich auch sagen, Spirou ist auch etwas, wo Andi immer wieder mal reinlesen könnte, wegen dem franco-belgischen, weil die Reihe ist gerade auch einstiegsfreundlich. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Und Pips ist so ein bisschen auch für diese Meta-Ebene zuständig. Er erklärt auch einiges, was man als Neuleser vielleicht erstmal nicht auf den Schirm haben könnte. Aber wie sehr ist denn der Meta-Humor in dem Comic vertreten, wenn du sagst, du bist da so ein bisschen enttäuscht? Ja, gut, jetzt Meta-Humor war jetzt nicht wirklich mein Kritikpunkt. Also der Meta-Humor ist jetzt da nicht zu groß. Ich meinte nur eben so, dass so ein bisschen dieser Meta-Effekt mit drin ist, dass innerhalb des Comics quasi die Spirou-Comics existieren. Also dass in der Welt von Spirou die Spirou-Comic-Alben auch existieren und eine Rolle spielen. Also es gibt dann auch eine Seite, wo die Alben auch gezeigt werden. Also dass die Figur-Superpage erfunden wurde, um auch den Verkauf der Comics anzukurbeln. Ich weiß nicht, ob das in der Spirou-Kernserie auch so ist. Wie gesagt, da habe ich schon seit Jahrzehnten keine neuen mehr gelesen, obwohl ich eigentlich immer mal möchte. Damals war das, glaube ich, weil ich mich erinnere, nicht so in den Comics, die ich noch gelesen habe, dass da quasi die Comics auch innerhalb der Welt existiert haben. Aber hier im Superpagen ist es jetzt jedenfalls so. Ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass sie bei Spirou öfter dann rumexperimentieren lassen und auch andere Autoren ihren Stempel aufdrücken lassen, vielleicht ist das auch ein Stück weit so die Tatsache, die das Ganze zugänglicher macht, weil man den so auf unterschiedliche Arten kennenlernen kann und sich so vielleicht leichter auch an die älteren Storys dann rantasten kann. Ich habe die Tage mit einem jungen Comiczeichner hier aus Nürnberg auch gesprochen, der André Vieira, der ist einige Jahre jünger als ich, ist aber auch mit Spirou aufgewachsen, aber offensichtlich eben dann schon mit einer späteren Generation Spirou. Der hat mir zum Beispiel einen Band empfohlen, der also wirklich Jahrzehnte nach meiner Spirou-Zeit erschienen ist, den er aber für großartig fand. Und ich habe auf jeden Fall große Lust, mir auch mal wieder aktuellere Spirou-Bände zu besorgen und da neuere Geschichten auch mal zu lesen, weil ich an sich eben die Figur doch immer noch sehr, sehr toll finde auch. Was das Schöne an Spirou momentan ist, dass sich da auch jeder was raussuchen kann, was seinem Anforderungsprofil halt auch irgendwie entspricht. Also ich kann mir durchaus eine erwachsenere Story raussuchen, wie die von Emil Bravo, wo es halt um die Besetzung vom Deutschen Reich von Belgien geht. Also das ist eine ganz andere Herangehensweise als diese teilweise sehr kindlichen Comics, wie sie sie in den frühen 2000ern oder sowas hatten. Oder auch, wenn ich sage, ich mag Zyklotrop, den klassischen Gegner besonders, dann hat er jetzt schon eine eigene Reihe. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass einfach ein Abenteuer nach dem anderen kam, sondern es spielt auch in ganz, ganz unterschiedlichen Universen und Zeitebenen, weil der Spirou aus den 40ern, der hat mit dem klassischen Spirou aus der Reihe, die wir so kennen, eigentlich auch wenig gemeinsam. Also die können ja nicht auf dem gleichen Zeitstrahl sein, sondern sie setzen ihn immer wieder in neue Umgebungen. Jetzt mit diesem Superhelden-Ding auch, das habe ich noch nicht gelesen, kommt auch noch irgendwann. Oder jetzt, der aktuelle ist, glaube ich, in der Sowjetunion oder im Lande der Sowjets ist der aktuelle Band. Also dieses Setting wird immer wieder geändert, was es natürlich zu deutlichen Vorteilen macht im Vergleich zu anderen Serien, die sehr begrenzt sind. Also wie zum Beispiel Asterix, da hast du halt ein Universum, da ändert sich relativ wenig und am Ende des Bandes wird auch alles wieder gesettet, so dass dann wieder beim nächsten von vorn begonnen werden kann. Ich denke, das macht das auch über die Jahre hinweg für die Leser interessant. Das ist jetzt wieder das Thema Spezialbände, das du da ja auch mit ansprichst. Da haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal drüber gesprochen, dass man eben in solchen Spin-off-Bänden die Möglichkeit hat, andere Geschichten zu erzählen, in anderen Stilen auch von ganz unterschiedlichen Künstlern gestaltet und aber in der Kernserie eben doch schon so die klassische Figur natürlich modernisiert, weitererzählt, die auch einen stringenten Stil hat zumindest, solange eben ein bestimmtes Team oder ein bestimmter Zeichner die Serie auch fortführt. Aber dann eben zwischendurch kriegt man dann auch was. Ich glaube, hat nicht Levis Trondheim auch irgendwie mal einen Band gemacht, der sehr, sehr funny aussah. Und dann eben die Emil Bravo-Geschichten und noch verschiedene andere Leute. Also das ist eine sehr, sehr vielseitige Figur, die man eben unterschiedlich einsetzen kann. Also ja, finde ich auch, wenn man da mal interessiert dran ist, kann man da mal einen Blick hinwerfen und sich dann entweder so ein Spezialband oder eben auch aus der Kernserie mal was anschauen. Ich finde es eine wirklich coole Figur, die spannende Abenteuer erlebt. Also gerade eben auch für junge Leser, so die klassischen Bände sind eine tolle Sache. Also würde ich immer wieder empfehlen. Ich kann da auch den Band, sie nannten ihn Peturi, sehr empfehlen. Da wird quasi Spiru's Origin erklärt, wie er dann zu seinen Matrosenanzug kam und wie er da auf der Navy angeheuert ist und wie dann irgendwie in ihn so dieser Wunsch dann kam, Journalist zu werden. Fand ich auch eine sehr schöne Sache. Ja, und war sogar ein Stück weit filmreif, wie sie das da erzählt haben. Das basiert auf so einer alten französischen Legende, die ihn dann tatsächlich zu diesem Spiru-Charakter inspiriert hat. Also da ist wirklich alles drin, von Legendenverarbeitung bis zu Superhelden-Hommage, bis zu klassischen Bösewichten. Ich denke, dadurch halten sie das Ganze frischer als jetzt zum Beispiel in den Asterix. Ja, oder in vielen Bänden ist es ja auch so, oder in vielen Serien ist es ja auch so, in den alten, dass da nichts mehr Neues kommt, sei es, weil es nicht mehr gefordert wird, aber auch teilweise sitzen die Erben ja drauf. Also ich würde zum Beispiel liebend gern mal einen modernen Tim und Struppi sehen, der nicht von Hergé ist und der in der heutigen Zeit spielt, aber mit den alten Figuren. Also ich würde gern mal wieder was Neues von Captain Heddock zum Beispiel sehen oder von Schulze und Schulze, aber leider hat da jemand den Daumen drauf, dass es da nicht weitergeht. Und gerade, also stellt euch einfach mal einen Tim und Struppi-Band von Emil Bravo vor. Wie geil wäre das? Also da würde ich auch 50 Euro für ein Band bezahlen, aber leider ist es nicht möglich. Aber das hat doch Hergé aber selber verfügt, glaube ich, soweit ich weiß, dass es da keine weiteren gibt. Also es sind jetzt nicht die Erben, die sagen, wir wollen nicht mehr, sondern ich glaube, das wäre auch sein Wille dann schon. Ja. Ja, ich möchte auch diesen Animationsfilm, der ja leider nie fortgesetzt wurde, der ein sehr offenes Ende hat, aber der hat wirklich diesen alten Zeitgas schön angefangen und mit der neuen Filmtechnik dann verbunden. Fand ich eine sehr spaßige Angelegenheit. Da hätte man vielleicht, da konnte man vielleicht sehen, wie das hätte werden können in der neuen Zeit. Gut, lassen wir das Thema Franco-Belgier für den Moment liegen und machen weiter mit Horror. Patrick, dein nächster Band. Okay, ich habe hier noch etwas von Joe Hill. Ein Korb voller Köpfe. Gezeichnet von Leo Max. Und es ist von dem DC-Black-Label, ein Unterlabel, Hill House Comics, wo ich dann dachte, wieso kam Joe Hill jetzt nicht auf die Idee, auch Spuk im Hill House Comics zu machen, dann von Hill House Comics gemacht. Ich finde es aber in der Hinsicht schade, dass man da nicht einfach Vertigo behalten hat, weil die hatten das alles vereint, um da jetzt dann noch ein Unterlabel zu gründen. Wir wollen alle Vertigo zurückhaben, oder komplett will jeder Vertigo, selbst die, die haben ja jetzt ja komplett auch Black-Label wahrscheinlich eingestampft bei DC gerade, ne? Ach nee. Es scheint ja so, also die neuen Chefs bei DC, die haben ja komplett einmal die Führungsriege ausgetauscht, ist ja vermutlich, Gerüchten zufolge, kein großer Fan von dem Black-Label. Das heißt also, das stirbt jetzt so vor sich hin, die hätten von Anfang an einfach das scheiß Vertigo-Label am Start halten sollen, ey. Das war einfach ein Riesenfehler. Danke. Ich hab aber auch gehört, dass es davor schon einige Streitereien gab, dass diese Vertigo-Mitgründerin Karen Berger dann irgendwann das Handtuch geschmissen hat und gesagt hat, das ist nicht mehr der Vertigo-Verlag, den ich mit gegründet habe. Also da war schon dicke Luft davor. Aber ich finde, das hat halt alles vereint. Swampfing, Hellblazer, Preacher, Sandman, da war wirklich, du konntest fast blind ins Regal greifen und die Vertigo-Titel, das hat eine Zeit lang wirklich für Qualität gestanden. Und jetzt war das halt so erzwungen mit dem Black-Label, oh, wir machen jetzt düstere Comics, ja, das habt ihr auch damals unter Vertigo hinbekommen. Wo war euer verdammtes Problem? Waren das dann vielleicht wirklich so Streitereien in den höheren Etagen, die dazu geführt haben, dass sie einfach aus Protest dein Vertigo so kaputt gemacht haben? Ich weiß es nicht. Aber nichtsdestotrotz stelle ich jetzt diesen Comic aus dem Black-Label vor, ein Korb voller Köpfe. Leider nicht von Gabriel Rodriguez gezeichnet, aber von dem Herrn Neomax, der auch einen schönen 80er-Jahres-Deal imitieren kann. Das spielt im Jahr 1983. Es geht um June Branche, die mit ihrem Freund auf einer Insel einen Sommerurlaub macht, wo er als Sheriff arbeitet. Und irgendwann brechen vier verurteilte Straftäter aus einem Gefangenentransport aus, stürmen in deren Haus und dann geht das Massaker los. Und ja, kurz nachdem das Massaker losgeht, er geht, greift sich June im Haus der Schwiegereltern eine Axt und fängt dann entsprechend auch an, sich zu verteidigen. Also sie wird von dem ängstlichen Mauerblümchen dann zum Survival-Girl, wie man es halt so typisch horrormäßig kennt. Wie sieht es aus? Ist es hübsch? Ich finde, das fängt diesen 80er-Jahres-Stil nett ein. Das ist jetzt nicht besonders hübsch. Man versucht sich eher so ein bisschen so einem raueren Stil anzueignen, der auch so ein bisschen so diese grelle 80er-Jahre-Optik so ein bisschen einfangen will. Und die 80er-Jahre-Filme waren ja auch nicht unbedingt hochglanz, sondern mehr so haarig, mehr dreckig und trotzdem irgendwie voller seltsamer Musik, die man hier natürlich dann nicht bringen kann. Aber sie haben es hier geschafft, einen netten 80er-Jahres-Läscher da hinzukriegen, auch wenn der mir ein bisschen abgedrehter hätte sein dürfen. Dieser eine Running Gag, den sie da haben, der ist ein bisschen ausgereizt. Also diese Köpfe, die abgehackt werden, die fangen dann irgendwann an zu sprechen und fangen auch an, sie zu nerven. Und natürlich ist nicht alles so, wie es am Anfang zu sein scheint. Ich finde, es hätte abgedrehter sein dürfen, vor allem, weil die 80er-Jahre auch abgedrehter waren und da ein bisschen mehr war als sprechende Köpfe, die dann eine Protagonistin leicht in den Wahnsinn treiben. Ist das der erste Comic aus dieser Hill House-Reihe, den du gelesen hast? Ja, das ist doch der erste Comic, mit dem die Hill House-Comics gestartet sind. Also ich weiß nicht, was bisher in Deutschland erschienen ist. Ich weiß nur, in den USA gibt es ja diverse Serien. Manche von Joe Hill geschrieben, manche auch nicht von ihm geschrieben, aber eben unter diesem Label und er quasi so als, ja, als Kurator dieses Labels. Ich finde, da waren einige, als er angekündigt wurde, einige Serien dabei, die interessant klangen. Ich habe aber selber auch noch nichts davon gelesen. Ist das jetzt, also wie fällt jetzt dein Urteil aus? Empfehlenswert oder nicht so empfehlenswert? Es ist empfehlenswert, aber Leute, die 80er-Jahre-Slasher kennen, die wissen, da wäre noch mehr gegangen. Also nicht nur in Sachen Brutalität, auch wenn sie da schon ordentlich auf die Tube drücken, aber ich fand, die 80er-Jahre-Slasher, die waren halt abgedrehter und hatten einen dreckigeren Charme und haben sich auch getraut, da ein bisschen mehr als ein, zwei Twists rauszuhauen. Das hat mir dann gefehlt, ein bisschen der Mut zum Radikaleren. Aber es ist empfehlenswert. Also ich habe das an Halloween gelesen, weil Halloween fand ja offiziell nicht statt. Da war das ein netter Ausgleich. Und jeder, der Joe Hill mag, kann da gerne einen Blick riskieren. Ich fand von in die Serie Christmas Land oder Nosferatu da deutlich schlimmer. hat mir da in der Hinsicht deutlich weniger Spaß gemacht. Da empfehle ich dann doch lieber einen Kopf voller Köpfe. Aber es ist interessant, dass sie sagt, dass da noch eine Reihe ist, denn ich sehe gerade auf der Seite von Panini, dass da noch zwei weitere Bände angekündigt sind. Unter anderem Joe Hill, das Puppenhaus, das ist quasi der zweite Band. Der kommt am 17.11., also jetzt quasi ganz bald. Und dann wiederum einen Monat später kommt Joe Hill im tiefen, tiefen Wald. Also es sind insgesamt schon mal mindestens drei Comics dieser Reihe, die wir hier erwarten können bei Panini. Ja, aber wie gesagt, es gab noch diverse andere Serien, die eben nicht von ihm selbst geschrieben sind, sondern nur so unter seiner Ägide quasi da aufgenommen wurden in diese Hill House Reihe. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie viele das waren und ob die dann alle auch auf Deutsche scheinen. Keine Ahnung. Oder ob man sich da jetzt nur an dem Namen Joe Hill erst mal rantraut, weil man den halt verkaufen kann auch. Ich weiß nicht. Irgendwie Miller World damals. dass sie da aufgezogen haben, wo auch nicht alles von Mark Miller ist, aber es ist so ein bisschen unter seiner betreuenden Aufsicht. Aber ich fand das, es war ein netter Comic, man sollte halt nicht zu viel erwarten. Es gab da ein paar 80er Jahre, Slasher, die haben sich damals auch mehr getraut. Okay, alles klar. Dann Andi, die Beatles. Andi, die Beatles. Erst mal den Wein hier beiseite stellen. Ja eben, wenn wir jetzt schon irgendwie hier über Beatles reden und bürgerlich sind, dann können wir auch Wein trinken. Also genau genommen, nachdem ich den Comic jetzt gelesen habe, der übrigens zur Hälfte auch ein Sachbuch ist, müsste ich hier parallel einen rauchen und noch LSD nehmen, damit das dem Buch gerecht würde oder wird. Ja, und The Beatles heißt ja Comic. Offiziell habe ich das hier als Comic PR quasi mitbekommen. Da gab es also eine E-Mail von dem Pipo und der hat mir dann, das ist mir immer wichtig zu erwähnen, hier netterweise auch das Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Und das Ganze kommt von einem Verlag, den ich vorher noch nicht kannte, nämlich Barhöhe Books. Und von Barhöhe Books hatte ich vorher noch gar nichts gehört. Das ist ein österreichischer Verlag und die Wikipedia verrät mir hier, dass der Schwerpunkt der Publikationstätigkeit liegt auf der aufständischen und revolutionären Geschichte der europäischen Arbeiterbewegung, ihrer Kritik der politischen Ökonomie sowie der Herausgabe von Biografien, Romanen, Novellen und Graphic Novels zu verwandten Themen. Der Verlag publiziert auf Deutsch, Griechisch und Englisch. Bam. Und dann habe ich noch ein bisschen geguckt, was haben die eigentlich sonst noch im Programm und unter anderem hatten die auch einen Comic namens Antifa und der passt dann schon so in dieses politische Konzept auch rein und den hat der liebe Mattes vom Pau-Podcast vorgestellt. Da hat es dann irgendwie so Klick gemacht. Ich kannte die vorher nicht und ich bin ganz froh, einen Blick in eines der Werke hier geworfen zu haben. Das ist hier also The Beatles und The Beatles habe ich mir gedacht, ey, das musst du mal lesen, das musst du dir mal genauer angucken, denn von den Beatles, ganz ehrlich, da weißt du so genau gar nichts von. Du kennst eine Menge Songs, also wirklich eine ganze Menge Songs und nachdem ich jetzt den kompletten Band durch habe, auch überraschend viele, wahrscheinlich mehr als ich zum Beispiel, keine Ahnung, Bee Gees Songs oder Rolling Stones Songs namentlich benennen könnte und warum das so ist, wird nach der Lektüre dieses Bandes auch sehr klar, denn da waren verdammt viele Nummer 1 Hits dabei und da sind dann auch so Infos dabei wie sowas wie Yesterday oder so, dass rein statistisch gesehen irgendwo auf der Welt immer gerade ein Radiosender existiert, der Yesterday spielt. und was habe ich hier eigentlich vor mir? Das hier ist eine Sammlung von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, die die komplette Geschichte der Beatles erzählen, von ihren Anfängen, wie sie als Jugendliche sich zusammenfinden in verschiedensten Besetzungen bis hin zur letztlich finalen Besetzung, hin zu der kompletten Geschichte mit ihren ganzen Nummer 1 Hits, mit allen Erfolgen, mit der kompletten Beatlemania bis hin ganz am Ende dann zur Auflösung der Band inklusive Yoko Ono und Solo-Projekten, wenn man so will, dann ganz am Ende auch gekrönt durch den Mord an jemand geringerem als John Lennon. Und was man auch auf jeden Fall sagen muss, bevor wir hier auf diese Einzelheiten eingehen, das ist eigentlich nur zur Hälfte ein Comic. Eigentlich ist es ein Sachbuch und zur einen Hälfte und zur anderen Hälfte ist es dann auch doch irgendwie ein Comic von verschiedenen Künstlern und das ist gut und schlecht zugleich. Du siehst hier immer auf recht kurzen Texten, sehr informativen Texten, auf 1, 2, 3, vielleicht auch mal vier Seiten mit auch tollen Fotos der Bands zu dann eben jeweils aktuellen Situationen irgendwas erzählt. Wer ist gerade mit wem zusammengekommen, wie ist gerade die Besetzung, warum ist gerade welcher Manager da, wo sind die gerade hin und her gereist, wie ist gerade die Beziehung zu meinetwegen den Rolling Stones oder auch zu anderen Bands und dann hast du nochmal auf drei, vier Seiten exakt dasselbe, was du gerade gelesen hast, nochmal als Comic und zwar von ganz verschiedenen Comic-Künstlerinnen und Comic-Künstlern und ganz unterschiedlichen Stilistiken dargestellt, grundsätzlich übrigens sehr schön dargestellt, das sind wirklich tolle Momentaufnahmen, wenn man so will, tolle kurze Szenen letztlich immer aber das ist ein bisschen irritierend, du liest also dieses Buch und für jemand wie mich ist das dann irgendwie alles komplett neu und ganz ehrlich das erste Viertel oder das erste Drittel mit den ganzen Wechseln, wer da jetzt in der Band war und wer nicht und so, hat mich völlig überfordert und ich kriege dann, nachdem ich drei, vier Seiten lang gelesen habe, was da jetzt gerade aktuell ist in der Geschichte der Beatles, wirklich exakt dasselbe nochmal als Comic präsentiert und das finde ich anstrengend und unnötig, bis es dann irgendwann sogar nervig war, weil ich hier schon auch wirklich gut geschriebenen Texten, also das ist nicht langweilig oder sehr distanziert oder so und auch in einem tollen Layout präsentiert und ich bin echt kein Textelese, sondern eben eher so ein Comic-Leser, kriege ich halt Dinge über die Beatles erzählt und das exakt dasselbe dann nochmal ohne wirklichen Mehrgewinn, ohne Informationsgewinn nochmal als Comic präsentiert wird mit teilweise genau denselben Worten, das ist schon wirklich wirklich anstrengend auf Dauer, weil es bei mir das Gefühl hinterlässt das wäre echt sehr viel besser gewesen es entweder nur als Textsachbuch mit Bildern zu präsentieren oder als Comic gern auch als Mischung von verschiedenen Artists aber diese diese Doppel Gemoppel das finde ich super anstrengend muss ich sagen Jo ich möchte mich insofern hier bei meiner Besprechung auch ein bisschen mehr so auf diesen Comic-Teil reduzieren der Textteil ist gut der ist gut geschrieben aber wie gesagt das war eigentlich muss man hier eine Besprechung von dem Sachbuchanteil und dem Comicanteil machen der Comicanteil ist wirklich cool der ist zumindest optisch sehr ansprechend auch wenn er jetzt im klassischen Sinne keinen richtigen roten Faden erzählt es wird mehr so wirklich rein an Daten entlang durch die Biografie der Band gegangen mit den ganzen wichtigen Punkten die man dazu erzählen kann und dann ist man halt eben die kurze Szene dabei wie jetzt keine Ahnung irgendwem halt einen Plattenvertrag angeboten wird oder wie die Band auf ihren neuen Manager trifft oder so weiß ich nicht das wirkt nicht so ganz wie aus einem Guss was es auch nicht unbedingt sein muss wenn man nicht den Anspruch hat hier eine an einem roten Faden entlang erzählte Geschichte zu erzählen sondern eben einfach nur fast schon trocken die Biografie der Beatles erzählen möchte insgesamt ist aber das alles schon es ist recht viel bei mir hängen geblieben ich habe jetzt das Gefühl ich würde die Beatles besser kennen als vorher sehr viel besser sogar auch wenn letztlich ich mir mich schwer tue beim vierten Beatle also dieser George Harrison ist der aus meiner Sicht immer vierte Beatle nach Ringo Starr Paul McCartney und John Lennon dessen Namen mir nicht sofort immer einfällt und ja es geht auch weniger darum wie die einzelnen Charaktere sind wie die einzelnen Figuren sind also am ehesten vielleicht noch wie John Lennon und Paul McCartney so getickt haben was die auszeichnet sondern insgesamt schon immer eher so ein Blick overall über die Band und wenn es mal um einzelne Personen geht dann halt eben weil jetzt irgendwer keine Ahnung Yoko Ono mit in den Proberaum gebracht hat oder irgendwer aus der Band geschieden ist und dafür wer anders dazu kommt ja es geht also weniger um die einzelnen einzelnen Bandmitglieder selbst ich hab dann auch tatsächlich im letzten Drittel auch angefangen mir die auf Spotify die Beatles dazu anzumachen es war alles schon irgendwie also ich konnte so im Ansatz die Beatlemania nachvollziehen und mitfühlen auch in dem Moment das war ganz cool aber wirklich ganz ganz besonders negativ bleibt bei mir hängen dass hier die Hälfte dieses Bandes ein Text Sachbuch ist und die andere Hälfte exakt dasselbe wirklich exakt dasselbe mit teilweise exakt denselben Worten nochmal als Comic präsentiert das ist ein Ansatz der mir nicht zusagt als Comic ich hoffe das lastest du jetzt nicht den Beatles an weil die können wenn jetzt irgendwie die Beatles laufen denkst du dir ach hätten sie mal dieses Buch anders gemacht ach verdammte Textbuch es ist tatsächlich ein sehr sehr seltsamer Ansatz also finde ich auch komisch die gleiche Geschichte jeweils zweimal zu erzählen mal kurz Zwischenfrage von wie vielen Seiten reden wir denn hier so pro Episode was den Text angeht und was die jeweiligen Comic Episoden angeht okay Stichprobe das sind eins zwei drei drei Seiten Text das sind aber auch gerne auch mal nur zwei Seiten weil das jetzt viele große Bilder waren und dann gibt es eins zwei drei vier fünf sechs Seiten Comic dazu also immer etwas mehr das hilft vielleicht um sich das noch ein bisschen besser vorstellen zu können also ich kann mir vorstellen dass diese Art der Präsentationen für Leute geeignet ist die nicht so wie wir Comics lesen und auch gleichzeitig diese Bildebene wahrnehmen können die quasi Comics nur lesen indem sie die Sprechblasen durcharbeiten und dann daraus die Informationen ziehen aber wenn du vor dir Panels hast mit in dem Fall zum Beispiel gerade vor mir ein Stadion voll mit Menschen die kreischen die schreien die die Namen der Bandmitglieder brüllen und halt eine Band die halt Musik spielt dann kann ich aus der Bildebene schon ganz viel rausnehmen ohne dass das jetzt individuell explizit nochmal auch in den Sprechblasen genannt wurde und mir würde das völlig genügen für mich wäre dann dieselbe Information hängen geblieben aber es musste halt vorher nochmal gesagt werden was für ein Stadion und dass da kreischende Teenies waren und dass die die Namen geschrien haben und so also wirklich ich wiederhole mich jetzt und das tut der Comic halt auch und das ist anstrengend ich frage mich wer da die Zielgruppe dafür ist also wer hat sich da beim Verlag oder was war der Beweggrund beim Verlag zu sagen wir veröffentlichen das so ist da die Idee dass da mehrere Generationen eingefangen werden können dann kann der alte Vater oder vielleicht mittlerweile Großvater Beatles Fan kann die Texte lesen und der Sohn, Enkel, Tochter was auch immer kann sich dann die Comics durchlesen oder so aber ich finde das auch also du hast es als anstrengend beschrieben und ich habe das Buch noch nicht mal gesehen und finde es schon anstrengend also das ist auch also man fragt sich dann doch also soll ich mich dann entscheiden lese ich nur die Texte oder nur die Comics aber beides zu lesen klingt tatsächlich wenig sinnvoll also ganz ganz anderes Beispiel aber mich erinnert es ein bisschen Brian Talbot hat vor ewig Jahren auf dem Comicsalon mal einen Vortrag gehalten auch so über die Gestaltung von Seiten und Führung des Auges über eine Seite und solche Sachen und hatte da auch das Beispiel gebracht von einem alten Tarzan Comic wo irgendwie man sieht Tarzan in eine Falle in eine Grube fallen der erzählte sagt Tarzan fällt in eine Grube und die Sprechblase sagt oh ich falle in eine Grube also so dreimal das gleiche erzählt und so wirkt das auf einer anderen Ebene in diesem Beatles Buch anscheinend auch also wie dieses Voice-Over das man damals in Superhelden Comics hatten die dann nochmal das Offensichtliche in so einem erklärenden Text hatte ganz genau hier ist es halt nicht gleichzeitig sondern eben auf Seiten versetzt aber ich nenne diese genau diese Geschichte beschriebenes wie habe ich das genannt beschriebenes Handeln kommentiertes Handeln ja also du siehst die Figur etwas machen und im gleichen Atemzug sagt sie was sie macht aber das ist nicht unbedingt das ist ja nicht unbedingt der Fall also nicht unmittelbar der Fall also ich will der Vollständigkeit halber noch erwähnen dass insgesamt 24 renommierte Zeichnerinnen und Zeichner gewesen sind die sich in ebenso vielen Kapiteln für diese Geschichte wohl zusammengefunden haben und da was gemacht haben ich vermute mal das ist so eine Art Herzensprojekt also wenn ich gucke wer hier für den ganzen Spaß zuständig ist der Text ist von Michels Mabel keine Ahnung Szenario macht Gates wer auch immer Gates ist und übersetzt und Nachwort ist vom Walter Fammler den ich wenn alles klar geht eventuell sogar noch im Interview haben werde aus welcher Sprache ist es denn übersetzt? das ist eine sehr gute Frage also ich wäre jetzt nicht überrascht wenn das wo haben wir es denn Original also das sieht entweder französisch oder belgisch aus The Beatles E-N-B-D Edition Petit Appetit könnte französisch sein also E-N-B-D klingt als würde es heißen ein Comic also Bonde desiné Bonde desiné vielleicht ich kann auch kein französisch oder Flämisch oder was auch immer aber also ich könnte mir vorstellen die Entstehungsgeschichte wird wahrscheinlich wie folgt gewesen sein da gab es jemanden der hatte mega Bock auf die Beatles ist übelst der Fan hat noch keinen Comic zu den Beatles gefunden Dokus gibt es ja zuhauf leider nicht auf Prime Video oder Netflix ich habe schon geguckt aber der hatte Bock auf Comic mit den Beatles auch ein paar Beatles Comics echt also vielleicht die die vielleicht nicht zwingend das gleiche erzählen aber in den letzten paar Jahren sind ein paar Comics rausgekommen die die Beatles zum Thema haben vielleicht nicht so als als Biografie wie das jetzt eine zu sein scheint aber ja zu nennen ist da natürlich Babies in Black von Arne Belsdorf der Band beschreibt so ein bisschen die Geschichte von Stuart Safcliffe dem fünften Beatle ich weiß nicht ob der in diesem Band auch drin vorkommt also das war derjenige der durch Ringo Starr ersetzt wurde kurz bevor die durch die Decke gegangen sind und das war ein sehr schöner gefühlvoller Band mit einer durchgehenden Story das stimmt nicht ganz nicht durch Ringo Starr ersetzt wurde Ringo Starr Schlagzeug gespielt Stuart Safcliffe hat Bass gespielt aber ja also das ist auch Pete Best war das ne bitte ja genau Stuart Safcliffe also es ist die Geschichte von Astrid Kircher und Stuart Safcliffe also es ist weniger die Geschichte der Beatles vor allem geht es hier nur um die frühen Tage der Beatles als sie in Hamburg gespielt haben bevor sie ihren großen Durchbruch hatten Astrid Kircher Studentin in Hamburg hat sich in Stuart Safcliffe verliebt Stuart Safcliffe hat sich eigentlich immer auch mehr als als Maler gesehen denn als Musiker und hat dann die die Beatles verlassen und ist in Hamburg geblieben um dort dann auch Malerei zu studieren und mit Astrid Kircher zusammen zu sein und ist dann sehr sehr jung an sowas wie einem Hirnschlag oder irgendwie sowas Gehirnblutung verstorben Gehirnblutung ja ich habe den Band tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit nochmal gelesen das ist eigentlich auch so einer meiner deutschen Lieblingscomics und Astrid Kircher ist dieses Jahr verstorben war mittlerweile eben schon eine alte Dame wird immer ihr wird immer zugewiesen dass sie den Beatles diesen Haarschnitt verpasst hat also sie wird dann immer so bezeichnet als die Erfinderin des dieses 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 Haarschnitts ja fantastischer Comic Arne Belstorff sowieso einer bei dem ich mir dann auch wieder gedacht habe dass der nicht noch viel mehr Comics seitdem rausgebracht hat ist auch verschwendet irgendwie aber nichtsdestotrotz wie gesagt ist es ist auch weniger eine Beatles Biografie als als der Band den den Andi jetzt vorgestellt hat aber definitiv ein Band den den man immer empfehlen kann okay dann ist mir wirklich noch unklarer warum es den Band hier gibt ich finde die Herangehensweise anstrengend aber ich während ich mir das so angehört habe die Idee das mal für Schullektüre anzuwenden wäre doch gar nicht mehr so verkehrt dass man dann nach so einem längeren Text das Ganze auch als Comic umsetzt damit das ein bisschen mehr hängen bleibt aber ob das jetzt wirklich als Comic Format sein muss frage ich mich auch ich würde mal interessieren also ich kann es jetzt ja nicht sehen also ich würde interessieren wer so die die Künstler sind ob man da irgendjemanden kennt und wie die unterschiedlichen Stile so aussehen also ich kann mir das schon spannend vorstellen wenn man nur den Comic Teil als eigenen Band veröffentlicht finde ich das eine sehr sehr spannende Sache aber so ist es halt dann auch die Frage ich weiß jetzt nicht was der Band kostet aber wahrscheinlich wäre er günstiger wenn man wenn man es in zwei Bänden rausbringt die jeweiligen Bände dass man sich dann für Comic oder für Text entscheiden kann aber ja irgendwer hat sich dabei was gedacht ich wünsche ihnen damit Glück die insgesamt 224 Seiten gibt es für 25 Euro im Hardcover 20 mal 27 Zentimeter und ich könnte die jetzt theoretisch durchaus alle 24 Künstlerinnen und Künstler vorlesen aber ganz im Ernst das vermutlich ist das wenig zielführend also ich habe gerade überflogen ich kenne niemanden davon und ich kenne ein paar Mainstream Künstler durchaus das ist jetzt keiner dabei genau du verlinkst ja sowieso wieder die Verlagsseiten zu den Comics in den Shownotes dann klicke ich da mal drauf und ich schätze mal dass da die verschiedenen Künstler auch genannt sind dann gucke ich mir das mal an ganz genau so machen wir das gut Breedstorm du bist wieder dran mehr französische Politik ganz genau so ist es mit dem K-Dorset habe ich mir ein Band geholt den ich schon vor einigen Jahren interessant gefunden habe allerdings ja war da noch arg teuer und jetzt habe ich mal wieder auf den Gebrauchmarkt zugeschlagen im ursprünglichen hat er mal 36 Euro gekostet und ja das ist so ein Ding wo ich mir schon sehr sicher sein möchte für so einen Preis dass ich das auch haben will wie zum Beispiel bei den bei den Hellboy-Ziegeln oder sowas da weiß ich da kriege ich was ich für das Geld aber hier war ich mir nicht sicher und auf dem Gebrauchmarkt war das jetzt doch ein ganz guter Kauf für mich das ist ein Band von dem Team Blaine und Lensac wobei Christoph Blaine der Zeichner ist und Lensac ist ein ehemaliger Mitarbeiter des französischen Außenministeriums welches im Quai d'Orsay also das ist eine Adresse in Frankreich so eine Uferstraße in Paris da ist nämlich das Außenministerium beheimatet und es erzählt die Geschichte eines von Arthur der in das Team des Außenministers geladen wird und sowas wie sein Assistent ist eine Art Redenschreiber der Sachen für ihn analysiert mit im Team mit verschiedenen anderen und das Ganze hat einen Bezug zu einem französischen Außenminister den es tatsächlich auch gab und diesen erkennt also der Name ist sorry den habe ich jetzt nicht ganz behalten aber diesen Menschen gab es wirklich und der Autor also der Herr Lensac hat sich das auch als als wahre hat es auch auf wahren Begebenheiten aufgebaut was er hier erzählt hat und zwar geht es darum dass es einen Konflikt gibt einen internationalen denn der Staat Luzon also es ist ein arabischer Staat der sowas ist wie der Irak soll angegriffen werden von den Amerikanern und das zeigt so ein bisschen die Geschichte auf die der französische Außenminister in dieser Situation begleitet hat seine Rede vor der UNO und verschiedene andere außenpolitische Aspekte die da mit reinfließen das hört sich jetzt sehr trocken an ist es tatsächlich auch es ich war ein bisschen überrascht dass dieser Band dann wirklich auf Deutsch kam das waren ursprünglich zwei Alben die hier im wirklich sehr schwerem großformatigen Band also größer als auch ein bisschen breiter als das normale Albenformat rausgekommen sind das Ganze wurde aber wie bei Reprodukt öfters mal der Fall vom Institut L'Institut Francais gefördert und trotzdem kostet noch 36 Euro also Respekt ich glaube das ist ein Band der in Frankreich wahrscheinlich eine größere Zielgruppe hat als bei uns wenn man die Protagonisten kennt also er zeichnet zum Beispiel den Außenminister dem der Arthur als sein Assistent folgt immer mit einer sehr sehr großen Nase und man merkt auch wie er dann plötzlich abgeht wenn er monologisiert also wenn er irgendwo ist ist es wohl so eine Eigenart dieses Außenministers dass er auch im ganz normalen Gespräch plötzlich anfängt eine heroische Rede zu halten und wenn man den zuordnen kann was ich jetzt nicht konnte dann ist das wahrscheinlich ein bisschen hat man da einen komplett anderen Ansatz ja also das wäre als als hätte man ja keine Ahnung Kinkel oder sonst irgendjemanden als Vorbild dann wäre das natürlich eine ganz andere Sache als in dieser Episode die restlichen Protagonisten sind auch verschleiert so ein bisschen aber die kann man natürlich deutlich ähnlicher zu besser zuordnen wie zum Beispiel Colin Powell kommt in den Band vor der heißt dann halt Jeffrey Cole wenn er in der UNO ist und so weiter und es beschreibt diese französische Sicht was ja auch nochmal sich wieder ein bisschen von der deutschen Sicht unterscheidet auf den Irakkrieg also wir erinnern uns die Achse der Willigen und die Achse der Wiesel wer hat Bock auf Krieg wer hat jetzt gerade keinen Bock das Land zu bombardieren und möchte vielleicht nur mit einem Flugzeug oben drüber fliegen das ein bisschen ausspionieren und diese Aspekte kommen da alle drin vor aber auch ganz klar die Bewunderung die der Arthur als der junge Assistent für den Außenminister hat also man sieht schon dass der ja oftmals sehr heroisch und blasiert ist aber auch ein Gespür dafür hat in der richtigen Situation das Richtige zu sagen wenn es drauf ankommt und diese Bewunderung spielt dann auch damit rein also es 70% Diplomatie und ansonsten erleben wir den Arthur in seiner Rolle als Assistent als Zuarbeiter wie man sich so eine Rolle als Zuarbeiter so auch vorstellt also wir haben es jetzt bei beiden gesehen der hat zum Beispiel eine schöne Rede gehalten dass er jetzt die Amerikaner vereinigen will oder und dass das jetzt alles besser laufen muss die sehr emotional war aber wer ist eigentlich der Typ der das wirklich geschrieben hat hat derjenige Politiker der das in Auftrag hat der Stichworte gegeben oder wie viel kriegt er da vorgelebt und der Arthur kommt halt immer in diese Situation wo ihm sein Chef also dieser Außenminister sagt ja schreib mal was mit diesem und jedem Aspekt und es muss die große Kraft anstärkung des französischen Volkes muss darin vorkommen und unsere Kultur und unsere Geschichte muss damit einfließen und dann schreibt er das genauso und dann drei Minuten später nachdem der Außenminister fällt ihm ein ja wir müssen das jetzt doch eigentlich ganz anders machen also das ist so ein bisschen aus dieser Assistenten Haltung hinaus und man kann damit sicherlich Spaß haben wenn man die Figuren nicht kennt wenn man allgemein sehr an Diplomatie und an den Abläufen in so einem Stab was es letztendlich ist Spaß hat ich glaube aber dass die Zielgruppe dafür relativ klein ist obwohl ich hier auch die zweite Auflage von dem Band habe aber wir wissen natürlich nicht wie groß die erste Auflage von dem Band war also ich finde es spannend dass es auf Deutsch kam kann das aber nur wahrscheinlich 5% von der potenziellen Leserschaft empfehlen zeichnerisch ist es teilweise sehr cartoonig gehalten du hast teilweise seitenlang auch nur Gespräche drin wie das halt in der Diplomatie ist wo der Herr mit der langen Nase beziehungsweise der Außenminister dann mit irgendwelchen Leuten spricht und also auch wegen den Zeichnen kauf man sich nicht unbedingt das muss auch also ich zumindest nicht also das ist ein Band wo ich sage für den Preis also ich habe glaube ich für 13 Euro oder sowas geschossen da kann man den durchaus mitnehmen man liest auch sehr lange dran weil er auch sehr textlastig ist aber ich glaube dass die Zielgruppe für sowas doch relativ gering ist also ich weiß als der Band rauskam wurde der sehr sehr gut besprochen und wurde gut angenommen ich glaube schon auch dass es ein frankophiles Publikum in Deutschland gibt die zu sowas dann vielleicht greifen vielleicht auch Menschen die tatsächlich gar nicht so viel Comic unbedingt lesen die sich aber dann eben auch für Politik interessieren und vielleicht eben speziell auch für Frankreich oder französische Politik mich würde auch interessieren was da die Auflage ist klar es ist natürlich dann gerade für jemanden der nicht so viel Comic liest ist natürlich erst recht dann 36 Euro hast du eine Menge Geld um sowas dann mal zu machen vielleicht sind es auch wirklich nur Bibliotheken und Feuilletonisten die das kaufen und lesen ich habe ihn nicht gelesen ich kann dahingehend also nicht wirklich was drüber sagen ich finde Christophe Blain auf jeden Fall sehr spannend ich habe die ersten paar Bände von seinem Isaac der Pirat gelesen finde ich einen spannenden ich wollte gerade sagen jüngeren französischen Zeichner mittlerweile erzählt er glaube ich für eine Phase lang war er mit bei den Jüngeren das ist auch schon ein paar Jahre her was mir jetzt noch nicht ganz klar geworden ist Breedstorm wie fandst du denn jetzt für dich den Comic also du hast erst gesagt ja jetzt konnte ich ihn mir zum Glück irgendwie zulegen dann aber ich weiß auch gar nicht für wen der sein soll und die Zeichnungen sind auch nur mehr so naja also hattest du jetzt Freude daran diesen doch relativ dicken Band zu lesen hat es dir ja habe ich billig geschossen muss ich aber auch trotzdem nicht behalten ja also ich bin da auch zwiegespalten weil einerseits sind verschiedene Aspekte sehr spannend an dem Band wie dieser Diplomatie Aspekt aber für mich war insgesamt zu lang mir hätte die das in einem franko belgischen also im normalen Album Format von sagen wir 40 oder 60 Seiten hätte mir das vollkommen ausgereicht es sind viele Aspekte noch von seinem Privatleben also des Protagonisten drin wie das sich wie sich das Ganze auf seine Freundin auslobt auslebt auswirkt aber so richtig also so richtig gepackt hat er mich leider nicht weil einfach das mit der Diplomatie zum gewissen Punkt dann doch Überhand genommen hat er heitert das immer mal wieder auf der Protagonist hat zum Beispiel einen Handy Klingelton von Metallica Seek and Destroy was ich ja schon mal sehr gut heißen kann aber was natürlich in der diplomatischen Situation immer sehr gut kommt wenn man mit Seek and Destroy plötzlich aufspielt aber insgesamt war es mir dann doch zu lang also da hätte komplett ein Band gereicht tatsächlich Ähnlichkeiten habe ich gesehen zu der Schatz der Black Swan den ich ja neulich schon mal vorgestellt habe weil wir da auch jemanden haben der als relativ neu in ein Team kommt was international agiert und verhandeln muss aber da war die Grundprämisse war halt spannender da wusste also es wurde immer was Neues entdeckt die Handlungsorte haben sich geendet und hier ist sehr viel was einfach in Büros spielt oder beim Halten von Reden in irgendwelchen Sitzungssälen und das war mir ein Tick zu viel gut verstehe ich hat das denn irgendwie so dieses Intrigen Ding auch wie so bei House of Cards oder so weil du sagst Diplomatie ist ein großer Punkt ich finde das eigentlich ganz cool ne also es ist leider ne es hat leider also sie versuchen natürlich sie versuchen natürlich schon andere Nationen auf ihre Seite zu bringen in dem wie sie reden aber es sind jetzt nicht sag ich mal Undercover Operation wo ich im Hintergrund versuche irgendwas zu spinnen das funktioniert halt vor der UNO also zumindest in diesem Band nicht sehr sonderlich gut okay also hast du dein Fazit direkt vorweggenommen als du gesagt hast es war schon sehr trocken ja ja unterm Strich ja es hat positive Sachen mach es kürzer und dann wäre es gut ja alles klar also was auch anstrengend zu lesen ja durchaus also gerade wenn er anfängt zu monologisieren ich verstehe dass das den den Autoren irgendwie fasziniert hat dass er auch von der Figur man hat das ja manchmal oder hatte das manchmal dass es so Politiker gibt oder auch im Umfeld irgendwelche Leute die denen man einfach sehr gerne zuhört und die man so ein bisschen heroisiert dadurch aber das ist nicht auf mich übergesprungen nein dann war das wahrscheinlich auch eher so ein Herzensprojekt des Autoren und ja okay verstehe aus französischer Sicht wenn man die Leute kennt ist das vielleicht eine ganz andere Sache ich habe auch von dem die sagt der Pirat gelesen und den Stil mochte ich wirklich sehr aber wenn ich das dann höre denke ich ja okay nee eher weniger für 36 Euro dann Politik ohne Intrigen das ist dann wirklich ein bisschen fad sag ich geil ist halt kein Abenteuercomic gut dann mache ich hier den Abschluss und stelle meinen zweiten Comic vor und zwar einen Band namens Eat and Love Yourself von einer jungen Künstlerin namens Sweeney Boo die ja sowohl geschrieben als auch gezeichnet hat die Farben sind von Joanna Lafuente das Lettering ist von David Hopkins wer mich kennt mag vielleicht auch David Hopkins kennen immer wenn ich von einem amerikanischen Letterer spreche den ich persönlich kenne dann ist das David Hopkins also den hat ein Freund von mir gelettert und das Skript ist übersetzt von Edward Govin weiß ich nicht exakt auszusprechen ich vermute die also dass es diesen Credit gibt Script Translated by liegt wahrscheinlich daran Sweeney Boo ist ursprünglich in Frankreich aufgewachsen lebt mittlerweile in Montreal also ich vermute die Dame ist generisch französisch sprechend und deswegen wurde das Skript wohl nochmal ins Englisch übersetzt der Band ist erschienen bei Boombox was ein Unterlabel der Boom Studios ist also den Boom Verlag wenn man amerikanische Comics liest hat man wahrscheinlich schon mal mitbekommen und Boombox ist da irgendwie auch noch so ein Sublabel was habe ich noch aufgeschrieben ja ist dieses Jahr erschienen genau wie gesagt Sweeney Boo junge Künstlerin ist ihr erster großer vollständiger Band ursprünglich hat sie den über Crowdfunding finanziert und Boom hat den dann ins Programm genommen und veröffentlicht es geht um eine junge Dame namens Mindy die unter einer die eine Essstörung hat sie ist eine man würde wahrscheinlich sagen mollige junge Dame die gerne auch mal zu Süßigkeiten greift aber sich dann auch gern in den Hals greift und sich wieder in die Toilette übergibt sie arbeitet in einem Coffeeshop trifft sich mit ihrer Freundin hat so ein ganz Standard junger Mensch Leben quasi aber man merkt dann eben auch durchaus dass da auch eine große Unzufriedenheit herrscht eine nicht wirklich weiterkommen sie hat eigentlich andere Pläne mit ihrem Leben mal gehabt aber ist irgendwie jetzt auch in diesem Coffeeshop gefangen oder hängt dort irgendwie fest und hat offensichtlich auch Probleme die sie eben auch in diese Essstörung irgendwie getrieben haben im Laufe ihres Lebens sie kauft in einem kleinen Laden eine Tafel Schokolade sie macht so ihren Einkauf an Snacks und Sonstigem und findet dabei eine neue Schokoladensorte namens Eat and Love Yourself und nimmt die mit um die auszuprobieren und als sie ein Stück dieser Schokolade isst wird sie in ihre Vergangenheit zurückversetzt sie findet sich plötzlich selbst wieder in ihrem Elternhaus und sieht dort ihre Eltern und sich selbst als junges Mädchen also eine Szene aus ihrer Vergangenheit kann sie als jetzt erwachsene Frau nochmal mit beobachten und im Laufe des Comics isst sie also immer mal wieder so ein Stück von dieser Schokolade und erlebt verschiedene Episoden ihres Lebens wieder und dabei werden ihr so bestimmte Mechanismen klar und auch so bestimmte Situationen wieder bewusst die sie irgendwie dahingehend beeinflusst haben wo sie heute steht also auch was eben ihr Essverhalten angeht also es geht ganz viel um die psychische Verarbeitung von Aufwachsen von wie ist das Verhalten von Eltern von Freunden was für Trigger Momente gab es da die sie dazu getrieben haben eben quasi ihr Glück im Essen zu finden also einerseits Essen als als befriedigendes Moment aber dann im Umkehrschluss dann ein Körperbild mit dem man dann nicht zufrieden ist auch wieder durch äußere Einflüsse getriggert was sie dann wiederum in diese Essstörung auch getrieben hat und dieses Wiedererleben dieser Szenen aus ihrer Vergangenheit führt dann eben auch in der Jetztzeit dazu dass sie sich tatsächlich ernsthaft mal mit dieser Situation auch auseinandersetzt dass sie Freundschaften hinterfragt beziehungsweise eben Aktionen oder Reaktionen von ihren Freunden dann auch nicht mehr so für sich annimmt und nicht stehen lässt sondern da auch wirklich mal kritisch damit umgeht dass sie ihre Eltern konfrontiert wäre vielleicht zu hart gesagt aber eben auch im Verhältnis zu ihren Eltern da mal auf die Spur geht was da vielleicht im gemeinsamen Leben nicht so ganz gut gelaufen ist und der Band endet dann quasi also es ist jetzt kein kein tolles Happy End oder so aber er endet eben in einem Moment wo Mindy in ihrem Leben an einem Punkt angekommen ist wo sie quasi mit der mit der Verarbeitung beginnen kann der hinten im Band ist dann auch noch so eine Informationsseite für die nationaleatingdisorders.org also so dieses so ein Hinweis wenn wenn du selbst oder Freund oder Familienmitglied irgendwie mit mit einer Essstörung zu tun hat dann gibt es eben hier auch Hilfe unter dieser URL und so ich fand es einen ganz tollen Band also mir hat die mich hat erstmal die Optik angesprochen ist relativ simpel ich habe irgendwie Bilder wahrscheinlich auf Twitter oder so gesehen vielleicht hat David da irgendwas retweetet ich weiß es gar nicht mehr mich hat also erstmal der Zeichenstil angesprochen und dann fand ich es auch von der Thematik her interessant und als ich es gelesen habe muss ich sagen also ich fand es sehr schön erzählt dieser leicht übernatürliche Moment mit der Schokolade ist jetzt auch kein also es ist auch nicht komplett erklärt ob das jetzt real ist oder ob das quasi einfach nur diese Schokolade irgendwelche Erinnerungen in ihr wieder aufrufen und ob das alles nur in ihrem Kopf passiert darum geht es in dem Moment dann auch gar nicht also ich fand es wirklich toll erzählt eine ernsthafte Geschichte aber auch mit einem mit einem leichten Strich erzählt auch mit einem gewissen Witz und eine sehr sympathische Erzählweise die für mich bedeutet dass ich sehr gespannt bin was von Sweeney Boo in Zukunft auch noch so kommen wird im Comic selbst der jetzt auch dieses Jahr erschienen ist ich dachte gerade ihr Alter wird da irgendwie mit angegeben wird es jetzt aber hier doch gar nicht also aber ich glaube sie ist noch Anfang 20 oder so das ist jetzt auch gerade nur geschätzt ich bin mir da nicht 100% sicher ja also guter Band wie gesagt ist halt jetzt gerade erst in Amerika erschienen dieses Jahr dementsprechend gibt es keine deutsche Ausgabe aber Eat and Love Yourself von Sweeney Boo erschienen bei Boombox ist meine Empfehlung des Monats wenn man des Englischen mächtig ist und sich irgendwie auch für diese Thematik interessiert ist es was was irgendwen von euch ansprechen würde oder sagt ihr jetzt halt bleibt mir weg mit jungen Mädchen die Essstörungen haben Andi guckt gerade ein bisschen komisch vielleicht macht er auch was anderes ja nee ich gucke mir ich gucke mir gerade mal den das Internet danach an das Internet ist ja durchaus voll mit Zeugs davon unter anderem und ich weiß gar nicht ob ich das überhört habe als du es erzählt hattest ist das ganze ja Ergebnis einer Crowdfunding Kampagne und das ist auch erst die ist aktualisiert worden im Dezember 19 und danach kam es vermutlich erst bei Boom Studios weißt du ob die von Anfang an involviert waren oder erst später dazu kamen also so wie das im Buch hinten drin steht heißt es eben genau so sie hat das über Crowdfunding oder Kickstarter Kampagne finanziert das wurde voll finanziert und wurde dann nachträglich von Boom eben übernommen und veröffentlicht okay dann ist es ja letztlich eine Erfolgsgeschichte nach einer erfolgreichen Kickstarter Kampagne dann hier auch noch bei einem Verlag unterzukommen hat ja diverse Vorteile sie hat vorher glaube ich bei bei Boom schon irgendwas gemacht wie Cover oder irgendwie sowas stimmt gar nicht war nicht für Boom sie hat für eine Kurzgeschichte für die Image Reihe Red Queens gemacht gehabt kenne ich ja und das war also nicht für Boom und ja nee also insofern ja also erfolgreiche Kickstarter Kampagne hat dazu geführt dass sich danach dann auch ein Verlag gefunden hat und so rum ist es ja ganz toll wir haben das aktuell ja auch in Deutschland mit dem Pure die hier bei den Comic Cookies hatten wir vor einiger Zeit die beiden kreativen Köpfe da im Interview die jetzt ganz aktuell also auch durch die erfolgreiche Kickstarter Kampagne ich habe die digitale Ausgabe schon auf dem Tablet alles fertig und jetzt kommt CrossCult nachträglich nachdem die es dort gepitcht haben und veröffentlicht es da auch nochmal was einfach ganz andere Optionen im Vertrieb und im Marketing bietet und damit auch ein größeres Publikum erreicht als man das einfach als Indie Künstler oder Künstlerin überhaupt kann was ich nicht so geil finde ist und das hatten wir auch vor gar nicht allzu langer Zeit hier in Deutschland in Verlage von Anfang an bei der Crowdfunding Kampagne involviert sind weil das immer so einen komischen Beigeschmack hinterlässt wo dann immer so unklar ist na hm wollen die Verlage jetzt diesen Comic wirklich unterstützen finden die den geil oder trauen die der Sache nicht ganz und wollen lieber erstmal auf Nummer sicher gehen und gerade diese dieses Anfangsrisiko was zum Beispiel auch Druck betrifft eher scheuen und das dann eher auf sag ich mal ein potenzielles breites Publikum und eben damit auch auf die kreativen Köpfe abwälzen also die Reihenfolge finde ich so gut die Reihenfolge wie sie jetzt hier bei Eat and Love Yourself lief das scheint mir doch echt ganz gut zu sein und das Artwork das ich hier sehen kann in dieser Kampagne ist halt echt hübsch ne also das ist schwarz-weiß weil ich das sehen kann hier also der Comic ist in Farbe ähm weil wie gesagt äh Farbe von von Joana La Quente äh also ich weiß nicht ob vielleicht die die Kickstarter-Version oder so erstmal in schwarz-weiß erschienen ist oder ob einfach das jetzt halt quasi vorab Bilder sind bevor es koloriert wurde aber der der Boom-Band hier ist auf jeden Fall in Farbe okay man sieht hier gerade exakt ein sehr gutes Beispiel dafür es gibt wohl eine Szene sie sitzt an einer Bar in der Disco und ich hab hier in der Kickstarter-Kampagne die Schwarz-Weiß-Fassung mit ähm ähm kolorierter Sprechblase und dann hab ich auf der Boom-Studio-Seite selber nochmal die kolorierte Fassung aber ohne Sprechblase es gab wohl nochmal Änderungen in der Boom-Studio-Version ja ich denke auch ähm dass ähm das Lettering von David ähm erst mit der mit der Boom-Version kam und nicht schon mit Kickstarter da bin ich mir aber nicht 100% sicher da könnte ich ihn mal fragen ähm aber soweit ich weiß äh ist sie auch gerade dabei ähm das das nächste Projekt anzugehen äh und David hofft darauf dass er das auch wieder lettern kann also er hatte da wohl auch gute Erfahrungen mit dem Projekt okay jetzt vielleicht doch nochmal eine kritische Frage ne kann es sein dass der Comic auf einer sicher auch positiv konnotierten Welle der Body-Positivity mitreitet einfach dass er einfach gut in unsere Zeit passt also ich ich möchte Sweeney Boo das nicht unterstellen also ich glaube nicht dass die Intention den Comic zu machen war Mensch Body-Positivity läuft gerade gut ich kann mir gut vorstellen dass der Verlag sich gesagt hat ähm das ist ein ein Thema das man gut aufnehmen kann weil das gerade auch wichtig ist äh solche Themen auch ähm zu besprechen und auch zu veröffentlichen und auch ein Publikumsinteresse aktuell wahrscheinlich äh höher für das Thema ist als es vielleicht vor zehn Jahren der Fall war ähm ja also ich möchte das ähm quasi im positiven Sinne unterstellen ich weiß nicht also es kann natürlich auch sein ich kenne Sweeney Boo wie gesagt sonst überhaupt nicht vielleicht ähm sind da auch autobiografische äh Einflüsse mit drin oder Erfahrungen aus dem Freundes bekannten Familienkreis keine Ahnung ähm ich weiß nicht wo sie diese Geschichte hergenommen hat ähm ich glaube aber nicht dass sie sich hingesetzt hat und gesagt was läuft denn gut ah ja ich glaube äh Eating Disorders sind gerade der heiße Scheiß da mache ich mal was ja klar Classic Breedstorm ist wahrscheinlich nicht so dein Thema ne ehrlich gesagt überhaupt nicht muss ich ich finde äh die Zeichnungen haben was aber das wäre jetzt die wären jetzt auch nicht die mich sofort anfixen würden ich finde die was ich jetzt an an Leseproben so mit der Google Bildersuche gefunden habe finde ich die Darstellung auch teilweise also klar sie kann ja damit ausdrücken was sie will aber ich sehe zum Beispiel dass sie bei der Darstellung der Dame hauptsächlich also der Hauptdarstellerin im Prinzip einfach was da hauptsächlich schwer an der ist sind anscheinend ihre Beine den Rest finde ich da fast also also für so ein Thema nicht richtig da also mir ist die Proportionen finde ich seltsam vielleicht täusche ich mich vielleicht ist es also ich kann das jetzt natürlich nicht beurteilen für den Rest des Bandes aber ich finde die Proportionen ein bisschen merkwürdig dargestellt zu dem was du dazu erzählt hast gut jetzt gibt es natürlich an sich unterschiedliche Körper die unterschiedlich proportioniert sind und nicht unterschiedlich ansetzen mir ist beim Lesen das nicht irgendwie komisch vorgekommen aber ich verstehe was du meinst also mir sind die die Schenkel sehr stark betont und anderes sehr sehr wenig betont in dem Zusammenhang und also hast du noch nie Frauen gesehen die so aussehen ne ehrlich gesagt also also weil mir das auch also mir kommt das nicht ungewöhnlich vor ehrlich gesagt also das war jetzt kein Körpertypus von dem ich gesagt hätte sowas kenne ich nicht okay willst du vielleicht sagen dass sie dir noch zu attraktiv ist ja was heißt zu attraktiv also ich würde ich würde diese wenn in dieser Darstellung würde ich das das Problem jetzt nicht so erkennen was sie damit hat aber vielleicht ich habe ja nicht den ganzen Comic gelesen sondern ich sehe nur zwei drei Szenen an der Bar und so weiter und so fort und da also ich also rein jetzt optisch ich meine klar ist eine Comicfigur hätte ich gesagt wo ist das Problem hast du noch nie eine schlanke Frau kennengelernt die sich für dick hält ja aber natürlich aber sie hat ja ganz klar auch mit Bulimie eine Krankheit halt auch das ist ja also ich finde es weiß ich also ich bin da wahrscheinlich zu weit von entfernt ich weiß nicht wie man sich als jemand ob man sich als jemand der diese Problematik hat damit identifizieren kann wie sie dargestellt ist das wäre jetzt interessant eine weibliche Stimme dazu zu hören oder eine Stimme von jemandem der dieses Problem hat es können natürlich auch Männer betreffen ich werde bei nächster Gelegenheit eine Umfrage starten wenn man sich wieder in Person treffen kann also es ist tatsächlich ein Comic also ich kenne ein paar Leute in Nürnberg den ich den mal in die Hand drücken würde von denen ich glaube dass die einen Zugang zu dem Thema haben und da würde mich das dann auch mal interessieren wie deren Meinung dazu dann ist wie da die Darstellung sehen also vielleicht vielleicht kann ich in einem Jahr mit mit Feedback dazu wieder zurückkommen wenn wenn wir uns vielleicht auch wieder sehen können Patrick ist Bulimie für dich genug Horror im Comic um da mal hinzugreifen oder sowas musste ja kommen ich fand das Thema jetzt an sich nicht interessant aber die Besprechung hat mich schon ein bisschen neugierig gemacht vor allem auch wegen dem neuen Talent was man dahinter quasi jetzt kennenlernt ein bisschen hat es mich an einen Film erinnert Britney Wants to Run im Marathon also da geht es auch um eine etwas kräftigere Frau die ein bisschen gesünder werden will und sich dann vor einen Marathon zu laufen am Schluss findet sie dann raus dass sie einfach nur einen gesünderen Mittelweg gehen muss ich denke in eine ähnliche thematische Kerbe schlägt auch dieser Comic und ich finde das ist eigentlich eine schöne Botschaft die man damit verbreiten kann guter Schlusspunkt quasi ich gucke in befriedigte Gesichter und keiner widerspricht mir von daher Ich habe Wein und die Beatles alles ist gut Ist das der folgend Titel befriedigte Gesichter oder finde ich auch gut aktuell habe ich schon auch geschrieben eine Alternative die jetzt schon für den folgend Titel haben habe ich bereits in unsere Gruppe gepostet und das war eher so ein Herzensprojekt das hatte Patrick vorhin gesagt fand ich auch schön aber befriedigte Gesichter ist auch gut Wir können danach nochmal drüber quatschen Die Herren es war mir auf jeden Fall wieder eine große Freude in dieser Runde einen Haufen interessanter Comics besprochen haben zu können oder so darum sage ich vielen Dank Breedstorm vielen Dank Andi vielen Dank Patrick für den Monat November 2020 war es das dann wie immer an die Hörerschaft gebt uns gerne Feedback habt ihr manche dieser Comics selbst gelesen und wie ist eure Meinung dazu oder sind Comics dabei von denen ihr euch angesprochen fühlt durch die Besprechung wo ihr sagt das interessiert mich das würde ich mir vielleicht auch selber anschauen findet uns auf den nahezu sämtlichen relevanten Social Media Kanälen schreibt uns an und sagt uns was wir gut oder was wir auch schlecht gemacht haben und was euch vielleicht in Zukunft noch weiteres interessiert von meiner Stelle sage ich damit vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in etwa einem Monat wieder Adieu Ciao Ciao Vielen Dank Ciao Dobro Nutz Lom 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 Vielen Dank.